Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 147 vom 21. Juni 2019. Mein Name ist Philipp Panse und wie immer mit dabei mein Freund und Kollege. Ich bin Ulf Burmeier, hallo, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir die politischen Ereignisse in Deutschland und der Welt zusammenkehren. Heute machen wir das wieder in unseren jeweiligen Studios in Berlin, aber manchmal setzen wir uns auch auf die Bühne und nehmen die Lage der Nation vor Publikum auf, damit ihr ein bisschen seht, wie eigentlich so eine Sendung zustande kommt, aber auch, damit wir mit euch ins Gespräch kommen. Und das nächste Mal wird das sein am 31. August. Das ist ein Samstag, da kommt die Lage live nach Hamburg. Wir starten jetzt noch nicht direkt den Ticketverkauf, aber wir wollten euch dieses Datum schon mal sagen, denn es wird ein schöner großer Saal werden. Mit anderen Worten, fragt eure Freunde, ob sie nicht mitkommen wollen. Haltet euch den Tag frei, Samstag, 31. August, Lage live in Hamburg. Und Details kommen dann, sobald wir das endgültig alles eingetütet haben, dann starten wir auf den Vorverkauf, aber das Datum steht schon mal fest. Damit kommen wir direkt zum ersten Thema, nämlich der Situation im Iran. Da scheint sich ja doch die Lage extrem zuzuspitzen. Ein Krieg zwischen Iran und den USA ist, so glaube ich kann man sagen, derzeit so wahrscheinlich wie lange nicht mehr. Beide Seiten sagen zwar, sie wollen keinen Krieg, aber die Zwischenfälle häufen sich doch und die Eskalationsspirale läuft und diplomatische Kanäle zur Deeskalation, die scheinen sehr begrenzt. Man muss natürlich ein bisschen dazu sagen, so wahrscheinlich wie lange nicht, heißt nicht 90% oder 95%. Wir wollen uns da gar nicht festlegen auf Prozente. Vielleicht sind es auch nur 30 oder 40%, dass es tatsächlich zu einer militärischen Konfrontation kommt. Aber man sieht einfach ganz deutlich, dass die Dinge gerade sehr zulaufen auf eine solche Konfrontation. Wie gesagt, die ist nicht sicher, aber sie wird immer wahrscheinlicher und ja, das kann einem schon Sorgen machen, Philipp. Auch den Experten macht es Sorgen. Auf jeden Fall. Also da lief heute Morgen im Deutschlandfunk ein Interview mit Josef Brammel von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politiken, Politologe. Diese Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein, finanziert vor allen Dingen vom Außenministerium, der EU-Kommission und dem industriellen Arendt Oetker. Und Brammel sagte also im Deutschlandfunk, die Zeiten zeigen auf Krieg. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis dann ein neuer Zwischenfall das Ganze dann zum Explodieren bringt. Ja, da müssen wir nochmal ganz kurz zurückkommen. Wir haben ja ausführlich schon gesprochen über dieses Atomabkommen zwischen den USA und dem Iran, was die USA aufgekündigt haben und dann eben durchaus würgende Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt haben. Das Abkommen soll ja verhindern, dass der Iran die Atombombe kriegt und dafür eben Zugang zu den Weltmärkten. Das ist jetzt momentan nicht mehr so. Die Weltmärkte sind für den Iran nicht völlig verschlossen, aber doch ziemlich. Und der Iran hat diese Woche auch angekündigt, sich seinerseits wahrscheinlich nicht mehr an den Vertrag halten zu wollen. In gut einer Woche, so hat der Iran verkündet, wird der Iran wahrscheinlich mehr angereichertes Uran lagern, als in dem Vertrag vorgeschrieben. Das bedeutet, angereichertes Uran in dem Maße kann man benutzen, um Atomkraftwerke zu betreiben. Und der Iran hat auch angekündigt, dass er bis zu 20 Prozent angereichertes Uran lagern wird. Und das bedeutet, dass auch, sagen wir mal, waffenfähiges Uran durchaus in Reichweite kommt. Sprich, der Iran steuert also wieder auf eine Atombombe zu. Das ist der Albtraum für Israel, Saudi-Arabien und die USA. Und man kann wahrscheinlich sagen, dass die Kündigung dieses Abkommens war ein riesiger diplomatischer Fehler. Ja, das muss man so deutlich sagen. Das ist, natürlich hat Donald Trump immer damit argumentiert, dass sich der Iran ja doch nicht an diesen Vertrag halte. Wir haben das in der Lage ausführlich analysiert, weil, will ich jetzt nicht alles wiederholen, die Zusammenfassung des Ganzen ist, denke ich mal, so einfach ist das nicht. Im Grundsatz hatte der Vertrag schon einen sehr ausgesprochen positiven Effekt. Zum einen war man nämlich mit dem Iran im Gespräch. Und zum anderen hat er auch für den Iran einfach ganz greifbare Anreize gesetzt, sich eben vertragstreu zu verhalten. Wie weit das gelungen ist, weiß man nicht. Aber jedenfalls war der Druck oder ging der Druck auf den Iran in die richtige Richtung. Und die Kündigung des Vertrages und diese harschen Sanktionen, Philipp, du hast es gesagt, die stacheln den Iran jetzt im Grunde auch zu Trotzreaktionen an. Und das kann man, denke ich, auch beobachten. Und das kann man beobachten und wo man auch sagen muss, außer den USA haben wirklich alle gesagt, dass der Vertrag im Prinzip funktioniert. Und nun nehmen aber über die letzten Wochen schon die bewaffneten Zwischenfälle auch zu. Also das geht weit über das diplomatische Geplänkel hinaus. Vor einem guten Monat, da wurden Tanker im Golf von Oman angegriffen, also quasi vor dem Zugang zum persischen Golf. Da gab es Untersuchungen, die so auf einen staatlichen Akteur hindeuten. Aber wer genau das war, das weiß man nicht. Die USA sagen, der Iran war es, der Iran streitet es ab. Letzte Woche wurden dann wieder zwei Tanker angegriffen in der Straße von Hormuz. Also schon am Eingang zum persischen Golf. Die USA sagen, das war der Iran. Hat ein ziemlich verrauschtes Video vorgelegt, auf dem zu sehen ist, wie ein iranisches Boot angeblich Reste von oder nicht explodierte Minen von einem Tanker abmontiert. Dazu gab es dann später noch elf Fotos, die das auch belegen sollten. Da würde man sagen, das kann man aber nicht als Beweis gelten lassen. Da gibt es einfach noch zu viele Fragezeichen. Und die Glaubwürdigkeit der USA ist ja auch beschädigt, nicht zuletzt durch die Lügen, die zum Irak-Krieg geführt haben. Der Iran sagt, das waren wir nicht mit den beiden Tankern. Und man muss sagen, da ist es bis heute, muss man sagen, unklar, wer diese Tanker angegriffen hat. Die sind ja nicht gesunken, die wurden beschädigt und sind ausgebrannt, nicht ausgebrannt, aber haben gebrannt. Die Truppe, die Mannschaft wurde evakuiert. Aber die waren offensichtlich in internationalen Gewässern unterwegs und als Folge hat Trump tausend weitere Soldaten in die Region verlegt. Ja und ich glaube, das ist ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass eben in der Tat die Urheberschaft für diese Anschläge unklar ist. Die USA nehmen da zwar eine ganz klare Schuldzuweisung vor, aber ich muss gestehen, mich persönlich hat das auch nicht so besonders überzeugt. Und ein Argument, das für mich sehr deutlich dagegen sprach, war auf den ersten Blick ein Detail, das aber glaube ich nicht ganz irrelevant ist. Einer der angegriffenen Tanker fuhr nämlich unter japanischer Flagge und der soll eben angegriffen worden sein, sagen die USA von Seiten des Iran. Und zwar quasi zur selben Zeit, wo die japanische Regierung nochmal versucht hat, zwischen USA und Iran zu vermitteln. Und warum sollte der Iran ein Interesse daran haben, dass dieser Vermittlungsprozess quasi gestört wird, indem man ein japanisches Schiff angreift, fand ich persönlich nie so wahnsinnig überzeugend. Insofern, klar, wir wissen es letztlich auch nicht, aber da glaube ich, sollte man sich sehr dafür hüten, den Iran als Verantwortlichen zu bezeichnen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Jetzt ist aber in dieser Woche die Eskalation weitergegangen und da ist die Urheberschaft ziemlich unumstritten. Abgeschossen wurde eine 130 Millionen Euro teure Spionagedrohne mit Bodenluftraketen aus dem Iran am Donnerstag um fünf Minuten nach vier Uhr morgens iranischer Zeit. Da sagt der Iran, ja, das waren wir, aber wir haben sie abgeschossen, nachdem wir die Drohne gewarnt hatten, weil sie in iranisches Territorium eingedrungen ist. Die Drohne war unbemannt, unbefraut sozusagen, halt eine automatisierte Drohne. Und die USA sagen, nein, wir waren im internationalen Gewässer unterwegs. Das war nicht rechtens, dass der Iran die abgeschossen hat. Trump hat dann in so einer Pressekonferenz oder in so einer Befragung von Journalisten so ein bisschen zurückgerudert und hat nicht der iranischen Staatsführung sofort die Schuld gegeben, sondern sprach davon, dass sich da wahrscheinlich ein Individuum deutlich getäuscht hat und einen riesen Fehler gemacht hat. Das könnte man als so ein bisschen zurückrudern zunächst verstehen. Aber dann berichtet die New York Times, dass Trump einen Angriff befohlen hat als Reaktion auf den Abschuss dieser Drohne. Und ihn dann kurz danach, bevor er sozusagen losgehen konnte, wieder abgebrochen hat. Ja, das ist eine total skurrile Geschichte, die die New York Times da berichtet hat. Also angeblich haben Donnerstag Nacht, sieben Uhr amerikanischer Zeitbeamte schon fest mit einem Gegenschlag gerechnet. Also quasi knapp vor dem Sonnenaufgang am Freitag im Iran. Und hinter den Kulissen soll es da ganz heftige Diskussionen gegeben haben. Also für einen Gegenschlag, quasi eine Strafaktion gegen den Iran, wo insbesondere zum Beispiel Radarstationen hätten angegriffen werden sollen. Für einen solchen Gegenschlag haben sich wohl ausgesprochen der Außenminister Mike Pompeo und insbesondere John Bolton, nationaler Sicherheitsberater und wahrscheinlich so der härteste Falke in Washington, der also am stärksten immer wieder predigt, gegen den Iran müsste jetzt mal militärisch eingeschritten werden. Das Pentagon, also das Verteidigungsministerium, war eher skeptisch, ob das so eine gute Idee ist. Und die New York Times berichtet, Trump hätte Schläge gegen Radar- und Raketenstationen genehmigt. Flugzeuge sollen auch schon sich in der Luft befunden haben, Schiffe sollen in Position gegangen sein. Aber dann soll Donald Trump quasi den Rückwärtsgang eingelegt haben. Das ist natürlich alles quasi von außen, auch aus unserer Position nicht zu kontrollieren, ob das tatsächlich so war. Oder ob es sich da im Grunde um eine gezielt durchgestochene Information handelt, mit dem Ziel quasi so ein bisschen mit den Säbeln zu rasseln. Man weiß es letztlich nicht, aber auf jeden Fall eignet sich diese Meldung natürlich, um Druck auf den Iran auszuüben. Weil diese Meldung natürlich den Eindruck erweckt, als sei es jetzt im Grunde schon fünf Minuten nach zwölf. Ja, also der Grund, warum dieser Angriff abgebrochen wurde, das muss man sagen, ist unklar, wenn es ihn gab. Genau, aber da war sich die New York Times schon sehr sicher, dass es ihn gab. Sie haben wohl diesen Bericht auch einigen Regierungsmitgliedern vorgelegt und die haben keinen Einspruch erhoben, was wiederum auch alles möglich heißen kann. Aber die New York Times war sich der Tatsache schon ziemlich sicher und ich glaube, Wall Street Journal oder so hat es auch berichtet. Und die Frage ist natürlich jetzt, war es das oder gehen da tatsächlich Vorbereitungen noch weiter? Auch das ist unklar. Ich denke, was klar ist und was das Problematische auch daran ist, dass eine dieser Eskalationsspiralen im Gang ist. Also dass sich die Ereignisse häufen, die dann so einen gewissen Automatismus mit sich bringen. Wenn der das macht, dann können wir das nicht ungeschehen hinnehmen, dann müssen wir auch das machen. Und wenn die dann das machen, dann sehen wir uns gezwungen, sieht der Iran sich gezwungen, das auch wieder zu beantworten. Und das ist die eine Ebene und die andere ist normalerweise, dass es dann eben diplomatische Kanäle gibt im Hintergrund, die dann, sagen wir mal, vielleicht doch irgendwie auf eine Deeskalation hinwirken können. Aber diese Kanäle, so schreibt zumindest die Süddeutsche Zeitung, seien nicht vorhanden oder zumindest sehr begrenzt. Und dazu muss man aber sagen, dass das militärische Gerät, was jetzt in diese Region verlegt, wohl sich nicht dafür eignet, in den Iran einzumarschieren. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, auch weil der Iran so viel größer und auch besser bewaffnet ist als zum Beispiel der Irak. Aber Militärschläge gezielt, so wie das jetzt laut New York Times auch geplant war, die sind durchaus möglich. Und da könnte es dann eben doch schnell zu einem Krieg zwischen Iran und den USA kommen. Mindestens aber werden die Berührungspunkte größer, dadurch, dass jetzt eben auch Truppen in die Gegend verlegt werden, mehr Truppen. Und das erhöht halt die Punkte, an denen es dann eben auch knallen kann. Und ich glaube, zweifelhaft ist aber, ob das Atomprogramm tatsächlich mit militärischen Schlägen eingedämmt, zumindest dauerhaft eingedämmt werden kann. Klar ist, dass das das Kernziel, glaube ich, der USA ist, zu verhindern, dass der Iran die Bombe bekommt. Ja, das sagen die USA immer. Nur die Frage ist, wie schlau sie da wirklich vorgehen. Wie gesagt, die Kündigung des Atomabkommens war sicherlich keine wahnsinnig gute Idee. Und ich glaube, dass das auch eines der zentralen Probleme ist in dieser Diskussion, dass die Interessen der USA so schwer greifbar sind. Da gibt es quasi einmal zum einen die offensichtlichen, rationalen Interessen, dass der Iran keine Atombombe bekommt. Das ist ein ziemlich eindeutiger Fall. Nur wie man da hinkommt, das ist eben nicht so wahnsinnig klar. Denn Donald Trump oder in der Person Donald Trumps überlagern sich natürlich die rational begründbaren nationalen Interessen, Stichwort Atombombe verhindern, mit solchen Dingen wie persönliche Eitelkeit, mit solchen Dingen wie das Schielen nach dem PR-Gag. Das schielen danach, sich insbesondere im beginnenden Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2020 quasi als den starken Sheriff darzustellen, der sich nicht scheut, auch zum Colt zu greifen. Und das macht es einfach unglaublich schwer zu kalkulieren, wie Donald Trump sich entscheidet. Auf der anderen Seite muss man sagen, du hast jetzt ein paar Argumente dafür genannt, die dafür sprechen, für eine bewaffnete Eskalation. Andererseits gibt es auch Sachen, die dagegen sprechen. Er hat Wahlversprechen gegeben, an denen er sagt, wir wollen keinen neuen Krieg anfangen. Ihm sind Kriege tendenziell zu teuer. Und er hat auch gesagt, America first. Also es geht uns erstmal um Amerika und wir wollen hier nicht mehr die Weltpolizei spielen. Also das sind alles so Sachen, die eine sehr zentrale, aber doch widersprüchliche Rolle spielen. Ja, absolut. Das ist völlig klar. Meine persönliche Sorge ist, dass bei Donald Trump im Zweifel Eitelkeit vor Logik geht. Und auch Eitelkeit vor seinen eigenen, ganz persönlichen Interessen. Aber wenn man nochmal so ein bisschen tatsächlich auf die rationalen Interessen der USA schaut, dann gibt es eben, wie gesagt, das Verhindern der Bombe, haben wir mehrfach erwähnt. Aber es gibt natürlich auch in diesem Gerangel zwischen insbesondere der Europäischen Union und den USA ein großes Interesse daran, zu zeigen, dass man recht hatte. Die USA haben, wie gesagt, das Atomabkommen aufgekündigt. Die EU hat oder wollte eigentlich daran festhalten bis zum Schluss. Auch der deutsche Außenminister Heiko Maas hat sich immer sehr dafür stark gemacht, an diesem Abkommen festzuhalten. Und die USA haben deswegen in diesem Konflikt natürlich ein großes Interesse daran, der EU quasi zu zeigen, edgy begy, wir haben es doch immer gesagt, der Iran ist ein Schurkenstaat und der Deal ist auch schlecht gewesen. Und dazu würde natürlich so eine Eskalation passen. Wenn man jetzt tatsächlich den Iran auch noch als militärischen Aggressor darstellen könnte, gegen den man tatsächlich legitimerweise Krieg führt, dann hätten die USA quasi in dieser Diskussion gewonnen. Und ich meine, der nationale Sicherheitsberater John Bolton, wie gesagt, Washingtons härtester Falke zurzeit, hat ja mehrfach erklärt, dass sein persönliches erklärtes Ziel ein Regimewechsel in Teheran ist. Und da muss man sagen, naja, eigentlich ist das ja mal eine innere Angelegenheit des Iran. Also die USA haben natürlich international überhaupt kein Recht darauf zu entscheiden, wie die Iraner regiert werden. Also man kann Menschenrechtsverstöße oder undemokratische Verhältnisse kritisieren. Aber eigentlich ist es natürlich kein legitimes Ziel internationaler Politik oder auch nationaler Außenpolitik zu sagen, wir setzen jetzt mal im Iran, einem fremden Staat, ein anderes Regierungssystem durch. Ein anderer wichtiger Faktor, der in diesem ganzen Konflikt auch eine riesige Rolle spielt, ist, sagen wir mal, diese Straße von Hormuz. Das ist ein Durchgang in den Persischen Golf. Durch diese Straße in ihrer engsten Stelle, 39 Kilometer nur breit, fließen so 20 Prozent der weltweiten Ölreserven aus diesen ganzen Ölländern in dieser Region. Und das ist natürlich, sagen wir mal, eine Achillesferse für die USA, aber auch für die Weltwirtschaft insgesamt. Wenn die, und das ist die große Sorge auch der USA, wenn die geschlossen werden würde durch Iran, wäre das natürlich für die Amerikaner ein absoluter Albtraum. Und es droht da wohl auch eine ziemlich veritable Wirtschaftskrise, wenn das passieren würde. Die Iraner könnten das wohl machen, weil sie quasi das ganze Nordufer der Straße besetzt haben, auch mit Raketenstationen. Und sie behaupten zumindest, und das steht glaube ich auch nicht in Zweifel, dass sie halt Tanker, die durch diese Straße fahren, von Land aus beschießen könnten. Und damit unter anderem verhindern könnten, dass eben Tanker diese Region verlassen oder auch in diese Region reinkommen. Und da gibt es halt auch noch Analysen, die haben wir verlinkt, die dann halt auch wirklich davon ausgehen, wenn das passiert, würde der Ölpreis wahrscheinlich in die Höhe gehen. Denn damit wären halt wirtschaftliche Probleme verbunden, weil die USA natürlich auch abhängig sind von diesen Öllieferungen. Aber eben auch mit dem Ölpreis verbundene Wertpapiere wie Derivate und so könnten da durch die Decke gehen und eine wirtschaftliche Krise veritablen Ausmaßes auslösen. Also das ist sicherlich ein ganz großer Faktor, der da mit reinspielt. Und es droht, das darf man bei diesen Konflikten im Nahen Osten auch nie vergessen, ja ein Flächenbrand. Es geht da ja nicht nur um einen Konflikt zwischen USA und Iran, sondern der Iran hat ja Verbündete in ganz vielen Ländern der Region finanziert, an allen Ecken und Enden. Wenn Milizen und andere bewaffnete Parteien im Jemen zum Beispiel oder in Syrien oder im Libanon die Hezbollah, also der große Gegner Israels und die Hezbollah hat auch schon angekündigt, wenn der Iran angegriffen wird, dann wird dieser Krieg nicht in den Grenzen Irans bleiben. Die Hezbollah wird dann wahrscheinlich wieder Raketen auf Israel abschießen. Das wird sich Israel nicht gefallen lassen, die werden sich wehren, wahrscheinlich auch Hezbollah-Stationen und Positionen in Syrien bombardieren. Also da droht wirklich ein ganz erheblicher Flächenbrand, sollte das zu diesem bewaffneten Konflikt kommen und deeskalieren. Ja, das ist genau das Problem dabei. Das heißt also, es gibt aus Sicht der Europäischen Union und auch aus Sicht der deutschen Außenpolitik allen Grund, hier auf eine Deeskalation hinzuwirken und zu hoffen, dass es tatsächlich nicht zu Militärschlägen der Vereinigten Staaten kommt, aber natürlich auch auf den Iran einzuwirken, weitere Provokationen zu unterlassen. Also Stichwort Drohne, wir haben da ja eben im Grunde noch kein Wort der Bewertung dazu verloren. Also die Fakten sind ja in der Tat nicht klar, wir wissen nicht, ob tatsächlich die Drohne den iranischen Luftraum verletzt hat. Wenn das so gewesen sein sollte, dann wäre der Abschuss völkerrechtlich wohl in Ordnung, dann würde es sich ja letztlich um eine Verletzung der Territorialintegrität des Iran handeln, dann darf man sich auch militärisch wehren. Aber trotzdem ist das natürlich so ein Klassiker, Philipp, du hast es gesagt, es gibt einfach Berührungspunkte, aber die USA setzen diesen Berührungspunkt, in dem die USA letztlich ja den Iran auszuspionieren versuchen. Wenn sie dabei den Luftraum verletzen, ist das ein ganz klarer Übergriff, aber auch das Fliegen knapp am Luftraum entlang und das Fotografieren ist natürlich jedenfalls eine Form von Aggression. Das ist zwar vielleicht nicht völkerrechtswidrig, solange man sich im internationalen Luftraum befindet, aber natürlich stichelt es auch. Und natürlich ist auch diese Militärpräsenz in der Region ein durchaus eher aggressiver Akt. Denn mal ganz ehrlich, also ein Angriff der Vereinigten Staaten droht ja überhaupt nicht, also auf die Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten sind viele tausend Meilen entfernt vom Iran. Das heißt also, man kann sich schon fragen, warum man da überhaupt in der Region sich jetzt so ein Muskelspiel leisten muss. Also wir haben uns alle so ein bisschen daran gewöhnt, dass die USA quasi als Weltpolizist sich aufspielen. Aber so richtig klar ist das gar nicht, warum da jetzt eigentlich eine amerikanische Militärpräsenz in der Region sein muss. Warum macht man das überhaupt? Also ich glaube halt schon, dass man diesen Einfluss von John Bolton als Sicherheitsberater nicht unterschätzen darf. Sondern da gibt es ja auch nicht nur ihn, sondern auch andere, die ja seit Jahren diese Strategie verfolgen. Wir wollen ein anderes Regime im Iran aus tausend Gründen. Wahrscheinlich geht es auch viel um Öl und regionale Interessen, Machtpolitik in dieser Region. Weil der Iran dort ein Gegner der USA ist und auch ein Gegner von Saudi-Arabien, einem Verbündeten der USA. Saudis sind Sunniten, die Iraner sind Schiiten und sind auch religiös deswegen durchaus verfeindet. Also da gibt es schon viele Interessen, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, die Frage ist halt, wie viel Einfluss hat John Bolton und seine Leute auf den Präsidenten? Inwieweit können die sich ja jetzt wirklich durchsetzen? Und das Problem ist halt, dass die EU in diesem Konflikt eine sehr, sehr schwache Rolle spielt. Das liegt ein bisschen daran, dass der Iran natürlich jetzt auch droht, diesen Vertrag zu verletzen. Also wenn die mehr angereichertes Uran jetzt tatsächlich anhäufen sollten, als das im Vertrag vorgesehen ist, dann wird es der EU sehr schwerfallen, noch im Sinne des Iran zu argumentieren und an Kompromisse und Kompromissbereitschaft zu appellieren. Und die EU kann andererseits aber auch sehr wenig Angebote machen, den Iran, wirtschaftlicher Art, um zu sagen, kommen wir, was weiß ich, wir ermöglichen euch doch einen Zugang zu unseren Märkten. Das hat mit den Sachen, die sie versucht haben, bisher nicht geklappt. Und da ist die USA auch zu stark und deswegen steht die EU wirklich schwach da, weil es jetzt ja eigentlich ein Moderator ist, bräuchte ja eigentlich einen Vermittler, der jetzt irgendwie da hingeht und sagt, pass mal auf, wir öffnen hier mal ein paar Kanäle, wir sind relativ, relativ unbeteiligt an diesem Konflikt und wollen da mal moderieren und vermitteln. Und du hast es gesagt, die Japaner waren da, das ist vielleicht noch ein möglicher Moderator, aber natürlich wäre die EU prädestiniert dafür, nur die sprechen dann halt nicht mit einer Stimme. Sie haben zwar so eine außenpolitische Position, aber die sind zu schwach, um da einzugreifen. Und das zeigt mal wieder, wie problematisch das ist, wenn die EU außenpolitisch nicht mit einer Stimme und einer Position spricht. Ja, das heißt also, die USA sind eben tatsächlich momentan der Staat, der in diesem Konflikt mit einer relativ klaren Stimme spricht. Wir haben quasi die unter der Oberfläche verborgenen, unterschiedlichen, widersprüchlichen Strömungen angedeutet. Aber nach außen jedenfalls klingt das alles ziemlich deutlich und ziemlich laut vor allem. Und das ist in der EU anders. Da wird eben nach wie vor sehr viel nationale Außenpolitik gemacht in diesem Bereich. Und das führt dann eben leider dazu, dass der internationale Einfluss der Europäischen Union außerordentlich überschaubar ist. Und ich denke, ein Schritt in die richtige Richtung wäre hier, wenn sich die EU dazu durchringen könnte, tatsächlich überzeugendes Personal auf die Bühne zu heben, also quasi einen außenpolitischen Koordinator mit Standing. Diese Funktion gibt es ja schon länger auf europäischer Ebene. Aber irgendwie ist mein persönlicher Eindruck, dass diese Rolle bislang nicht so wirklich elegant ausgefüllt worden ist. Oder wie nimmst du das? Das Gesicht gibt es irgendwie nicht. Das Gesicht gibt es nicht. Und das ist natürlich auch so, dass es natürlich, wenn sie mit einer Stimme europäisch sprechen wollten, müssten natürlich die Nationalstaaten sich da zumindest zurückhalten. Es bringt ja nichts, wenn du so eine Position installierst und dann Frankreich, Großbritannien, gut, ist aus dem Weg nach draußen, aber Frankreich, Italien und Deutschland da nicht mit einer Stimme sprechen. Ja, dann müssten sich die Außenministerien, da müsste sich die nationale Außenpolitik ja so ein bisschen unterordnen dem, was die EU für sich formuliert. Und das ist bisher irgendwie nicht absehbar. Das ist irgendwie nicht absehbar. Also wir haben uns gesagt, wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Glaskugel gucken und da jetzt nach vorne gucken, weil das glaube ich ganz, ganz schwer zu prokostizieren ist, was mir jetzt passieren wird. Und wir haben versucht, euch so ein bisschen das vermiente Terrain zu skizzieren. Ihr könnt es auch auf der Karte sehen, die wir euch auf euer Smartphone zaubern, auf die meisten jedenfalls, wenn ihr eine entsprechende App benutzt. Da könnt ihr so ein bisschen die Region euch mal angucken und dann seht ihr auch, wie nah da die Vereinigten Arabischen Emirate auf der einen Seite und Iran auf der anderen Seite und Saudi-Arabien liegen, wie wichtig dieser Persische Golf ist, wie eng diese Straße ist und euch mal so einen geografischen Überblick über die Situation verschaffen. Wie gesagt, ich glaube, die Fakten haben wir dargelegt und es ist klar geworden, dass die Zeichen da auf Eskalation stehen. Und ja, wir haben versucht, ein bisschen was an die Hand zu geben, um das zu verstehen. Aber mehr als abwarten kann man vielleicht erst mal nicht machen. Wir schauen nach Berlin, denn Berlin hat sich in den letzten Tagen quasi als bundesweites Politiklabor geriert und insbesondere ist in Berlin gehandelt worden. Da muss man nicht nur zugucken, da hat sich was getan, denn Berlin will die Mieten deckeln. Also Berlin, die dortige rot-rot-grüne Koalition, möchte das Thema bezahlbares Wohnen angehen und hat deswegen ein bisher bundesweit einmaliges Modellprojekt gestartet. Man hat sich nämlich geeinigt auf Eckpunkte für ein Gesetzespaket, um einen landesweiten Mietendeckel einzuführen. Philipp, was denkst du, was ist da geplant? Also die Grundidee ist, dass diese Pläne von Katrin Lomscher, also der Bausenatorin von den Linken, vorsieht von 2020 an für rund 1,4 Millionen Wohnungen in Mehrfamilienhäuser, dass da die Mieten eingefroren werden. Es soll wahrscheinlich auch rückwirkend passieren auf den 18.06. Da weiß ich noch nicht genau, wie das gehen soll. Aber das sind im Kern die Ideen. Genau, das ist die Idee. Also jetzt gibt es erstmal die Eckpunkte, die sind am 18. beschlossen worden. Der Entwurf für dieses Gesetz soll dann bis Ende August stehen. Und die Hoffnung ist, dass man das Gesetz zum 1. Januar 2020 tatsächlich in Kraft setzen kann. Wie gesagt, ausgearbeitet hat das jetzt Katrin Lomscher von den Linken. Die musste so ein bisschen zum Jahr getragen werden. Anfangs hatten da auch Leute in ihrem Haus rechtliche Bedenken. Denn die Idee kam ja von der SPD. Also da haben sich Leute aus der SPD Gedanken gemacht. Wir haben das im Januar schon berichtet, haben Vorschläge gemacht. Und die Kernidee des Ganzen ist quasi eine Atempause für den völlig überhitzten Berliner Mietmarkt. Wir haben ja in der Bundeshauptstadt enorme Mietsteigerungen. Bei Neuvermietungen werden viele Euro draufgeschlagen. Und da hat einfach die Landesregierung das Gefühl, das versetzt die Menschen in Panik. Man kann im Prinzip nicht mehr umziehen, weil sich dann die Miete verdoppelt. Und das führt auch zu einer völlig ineffizienten Nutzung des Wohnungsbestandes. Menschen bleiben in viel zu großen Wohnungen sitzen, weil selbst eine halb so große Wohnung immer noch mehr kosten würde. Und damit ist es gerade für Familien extrem schwer, eine Wohnung zu finden. Aber wir sollten noch mal auf dieses Eckpunkt, ich meine, die sind ja vor. Also das ist ja eine Ausnahme vorgesehen für Neubauten. Und es ist eine Ausnahme vorgesehen für Sozialwohnungen, also für finanzierten Wohnungsbau. Genau, also die Grundidee ist, Mieten Deckel, Mieten dürfen nicht mehr steigen. Insbesondere auch bei einer Neuvermietung nicht, aber auch nicht im bestehenden Mietvertrag. Und es gibt eben eine Ausnahme, insbesondere für Neubauwohnungen. Also Erstbezug heißt das. Erstbezug, genau. Aber man möchte ja auch erreichen, dass überhaupt noch Wohnungen gebaut werden. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, an welchem Wert sollte man sich eigentlich orientieren, wenn eine Wohnung zum ersten Mal bezogen wird. Da gilt dieser Deckel nicht. Wohl aber eine landesweit einheitliche Mietobergrenze. Das ist so das zweite Element dieses Mietendeckels, wobei da die Summe, also quasi der Betrag, der da verlangt werden darf, noch nicht so richtig klar ist. Also langfristig Obergrenze heißt auch dann für Neubauten, dass quasi eine Obergrenze ist, die du nehmen darfst? Ja, das ist eben das Problem, dass es sich bislang um Eckpunkte handelt, die noch nicht in jedem Detail völlig ausgearbeitet sind. Da kann sich noch so ein bisschen was ändern. Aber man muss sagen, im Kern bezieht sich die Einigung vor allem darauf, dass die Mieten gedeckelt werden sollen in Berlin durch ein Landesgesetz. Und dass wohl wahrscheinlich auch eine landesweite Obergrenze eingeführt werden soll. Aber was wirklich dann im Gesetzentwurf steht, das müssen wir abwarten. Trotzdem denke ich, lohnt es sich, diese bundesweit einmalige Initiative schon mal zu diskutieren. Wir haben gerade schon darauf hingewiesen, auf dem Wohnungsmarkt herrscht Krise. Das heißt also, wir haben es durchaus mit einer ernstzunehmenden Situation zu tun, wo für viele Menschen die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum ernsthaft gestört ist. Auf der anderen Seite gibt es an diesen Plänen auch Kritik. Also insbesondere die landeseigenen Wohnungsgesellschaften machen sich ja Sorgen. Ja, die fürchten, finde ich nachvollziehbar, dass es schwer wird, noch Investitionen zu tätigen. Also die Genossenschaften sagen in Berlin, sie investieren jährlich 320 Millionen Euro in Bestand und Neubau. Und dennoch legen die Mieten für die Genossenschaftsmitglieder bei einer Netto-Kaltmiete von durchschnittlich 5,60 Euro je Quadratmeter, was natürlich sehr günstig ist. Und dieser Wert, der sei nun eben gefährdet. Und weil eben man durch Mieterhöhungen zum Beispiel kein, ja, kein, nicht mehr ausreichend Geld zur Verfügung habe zu investieren. Und da gibt es dann halt auch Gutachter, die empfehlen, den Deckel bei Modernisierung zum Beispiel anzuheben. Also wenn es Modernisierung gibt, dann könnte man diesen Deckel ein bisschen lüften und eine leichte Mieterhöhung zulassen, um eben Investitionen zu ermöglichen. Und mir scheint das durchaus ein nachvollziehbares Argument zu sein. Wenn du weißt, dass du fünf Jahre lang die Miete nicht anheben kannst, dann fehlt dir eben auch Geld. Also ich meine, das ist schon irgendwie nachvollziehbar. Ja, also ich finde, in dieser Allgemeinheit macht das Argument keinen Sinn. Denn ob man genug Geld hat für Investitionen, das liegt ja nicht daran, ob man die Miete anheben kann. Denn möglicherweise sind ja auch die Bestandsmieten schon so hoch, dass man einen dicken Gewinn macht und von diesem Geld problemlos investieren kann. Also das Argument ist in dieser Allgemeinheit, glaube ich, letztlich nicht so wahnsinnig überzeugend. Ich meine, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften sagen das ja auch. Das sind ja nicht nur die Genossenschaften, sondern es sind ja auch die landeseigenen Gesellschaften, die sagen, wenn wir da die Miete nicht regelmäßig moderat anheben können, fehlt uns das Geld. Also fehlen uns mehr Einnahmen, mit denen wir dann Kredite bekommen können. Also die haben so argumentiert, dass wir halt, dass, weiß ich nicht, etliche hunderttausend, vielleicht paar Millionen an Mieteinnahmen entgehen, die sie sozusagen als Eigenkapital für Kredite und Investitionen verwenden können. Ja, also wie gesagt, das hängt, glaube ich, sehr davon ab, was man bisher für eine Miete nimmt und was man für eine Kostenstruktur hat. Also ganz allgemein funktioniert das Argument, glaube ich, nicht. Vor allem aber ist in den Eckpunkten auch schon ein Mechanismus angelegt, der für solche Sondersituationen so quasi ein bisschen Druck vom Kessel lassen kann. Wenn der Deckel drauf ist, ja, dann braucht man vielleicht ein Überdruckventil und das besteht darin, dass gerade bei Modernisierungsmaßnahmen eine Erhöhung um bis zu 50 Cent pro Quadratmeter ohnehin möglich sein soll. Das steht schon drin, das soll möglich sein. Das steht schon drin, genau, und das muss man dann nur gegenüber der Behörde anzeigen. Und auch höhere Mietsteigerungen kann man sich von der Behörde genehmigen lassen. Ja, das heißt also, wie gesagt, das ist ja immer so bei Eckpunkten, das ist ja letztlich nur so eine Art vorläufige Festlegung, was die Landesregierung möchte. Und natürlich wird es über den Sommer da auch noch eine Diskussion geben und werden da auch noch Details geändert werden. Zum Beispiel auch der Grünen-Politiker Florian Schmidt in Berlin, relativ bekannt, weil er sich immer wieder eingesetzt hat für bezahlbare Wohnungen. Baustadtrat in Friedrichshain-Kreuzberg ist er, ne? Ja, genau, und er hat immer wieder zum Beispiel auch dafür gesorgt, dass landeseigene Gesellschaften Häuser kaufen, die beinahe in die Hände von irgendwelchen Immobilienspekulanten gefallen wären. Hat dann immer, oder hat in manchen Fällen der Bezirk sein Vorkaufsrecht geltend gemacht und das Gebäude dann weitergegeben, also entweder an die Bewohner oder an eine Landesgesellschaft. Das heißt, der ist relativ profiliert und eindeutig quasi so ein Freund von der Interessen von Mieterinnen und Mietern. Und selbst der sagt, man muss da im Detail genau hingucken, wenn man das nicht aufpasst, dann können dieses Mietendeckelgesetz gemeinnützige Hausprojekte gefährden, die möglicherweise geringfügige Mieterhöhungen für die Instandhaltung benötigen. Das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn man jetzt so einen Mietendeckel drauf macht, der gar keine Erhöhung mehr zulässt, dass dann quasi die bestraft werden, die bislang faire Mieten genommen haben. Dann werden die, die bislang schon völlig überteuerte Mieten genommen haben, die können die halt weiternehmen, Klammer auf, sofern man nicht auch noch eine Absenkung einbaut, dass also zu hohe Mieten dann auch noch abgesenkt werden, das ist eben noch die Frage. Aber während diejenigen, die bisher faire Mieten genommen haben, dann quasi eingesperrt werden auf dem Niveau von heute und ob man da nicht so ein ganz kleines bisschen Flexibilität doch braucht, da bin ich mal gespannt. Also, es sind Eckpunkte, das heißt, die Details sind Verhandlungsmasse, ob es davon ein Gesetz gibt, ist offen, wie genau das Gesetz aussehen wird, ist auch noch offen. Wir fanden das nur aus zwei Gründen interessant. Erstens, ist das hier eine Maßnahme der Politik, die ernsthaft versucht, diese Mietenkrise in den Griff zu kriegen. Ob das jetzt die beste aller Ideen ist, I don't know. Ich finde es nur interessant, dass hier die Politik versucht, sich des Problems ganz praktisch anzunehmen. Erstens. Zweitens haben wir diese Mietenkrise in Berlin, ja, aber nicht nur in Berlin. Und deswegen, dieser Mietendeckel wird ja auch in anderen Ländern und Kommunen diskutiert. In Berlin ist er jetzt relativ konkret vorangeschritten und die Details mal beiseite steht die Idee, wir greifen in bestehende Mietverhältnisse ein und sagen, hier ist ein Deckel. Da geht es nicht weiter, ihr dürft die Miete nicht erhöhen, unter Umständen müsst ihr sie senken. Und da ist natürlich ganz zentral die Frage, ist das rechtlich zulässig? Genau, und das ist in der Tat eine ganz zentrale Frage. Wir haben im Januar diesen Jahres das Thema ja schon mal aufgegriffen, als aus der SPD einige Leute diesen Vorschlag unterbreitet haben. Und da gibt es im Prinzip zwei zentrale Problemkreise, über die diskutiert wird. Zum einen geht es um die Frage Gesetzgebungskompetenz. Also kann das Land Berlin das überhaupt? Die Gesetzgebungskompetenzen sind ja in Deutschland verteilt zwischen Ländern und Bund. Im Prinzip sind die Länder zuständig, aber es gibt eben bestimmte Kompetenzzuweisungen zum Bund. Und wenn der Bund diese Kompetenz dann ausgeschöpft hat oder wenn dem Bund irgendwas, das bei der konkurrierenden Gesetzgebung oder wenn dem Bund irgendwas exklusiv zugewiesen ist, bei der ausschließlichen, dann können die Länder eben nicht mehr tätig werden. Und die zweite Frage ist die nach der Verhältnismäßigkeit. Da geht es also um die Frage, sind da die Eingriffe in Grundrechte, die mit einem solchen Gesetz verbunden sind, in Ordnung? Und zu dem ersten Punkt, Kompetenz des Landes Berlin, gibt es in der Tat auch Stimmen, die sich da sehr skeptisch äußern. Unter anderem nämlich der Bundesverband freier Wohnungsunternehmen, BfW. Der dortige Landesverband Berlin-Brandenburg geht davon aus, dass Berlin als Bundesland für einen solchen Mietendeckel gar nicht zuständig sei. Und der BfW hat sich dazu auch ein Gutachten schreiben lassen, ein Rechtsgutachten, das da meint, ein solches Gesetz wäre verfassungsfähig. Aber die Frage ist doch, also Mietrecht ist doch eigentlich bürgerliches Recht und damit Kompetenz des Bundes, oder? Ja genau, das bürgerliche Recht ist ein Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebung und da hat der Bund im Prinzip auch von dieser Gesetzgebung Gebrauch gemacht, nämlich mit dem bürgerlichen Gesetzbuch. Im BGB steht drin, was in einem Mietvertrag drinstehen darf, da stehen auch die Regelungen zum Kündigungsschutz drin und eben die Regelungen dazu, wann man in einem solchen privaten Mietvertrag die Miete erhöhen kann. Aber die Länder haben gleichwohl auch noch ein bisschen was mitzureden im Bereich Mietrecht, da gibt es nämlich den Kompetenztitel für das sogenannte Recht der Wohnungswirtschaft. Das Problem ist jetzt, dass die Abgrenzung zwischen dem bürgerlichen Recht, was der Bund macht, wo die Länder nichts mehr reinzureden haben und diesem sogenannten Recht der Wohnungswirtschaft nicht so ganz klar ist. Es gibt insbesondere da bislang keine eindeutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts und deswegen kann man da jetzt rechtlich drüber streiten. Und der Ansatz des Landes Berlin ist, der rechtliche Ansatz zu sagen, wir wollen auch gar nicht direkt quasi diese in diese privaten Beziehungen zwischen Mieter und Vermieter eingreifen, sondern wir, und wir regeln gar kein bürgerliches Recht, wir regeln gar kein Privatrecht, sondern wir regeln quasi als Behörde dasselbe Rechtsgebiet. Und da ist natürlich die Frage, kollidiert das nicht? Hat der Bund dann nicht quasi ausschließlich die Möglichkeit? Und ich denke, das ist so ein Beispiel, das wir im Januar auch schon hatten, aber das ist eigentlich ganz plastisch, man muss sich das so ein bisschen so vorstellen wie bei einer Autovermietung. Stellen wir uns vor, wir gehen zu SIX oder ABIS oder so, mieten uns ein Auto und dann kann ja in so einem Mietvertrag drinstehen, zum Beispiel um Schäden von den Autos abzuwenden, man darf mit diesem Auto nicht schneller als 160 fahren. Das ist dann Privatrecht. Private Regelungen zwischen dem Autovermieter und der Kundin vielleicht, die sich da ein Auto mietet, mehr als 160 ist im Verhältnis dieser beiden nicht in Ordnung. Wenn dann aber auf einer bestimmten Straße Tempo 30 gilt, weil nämlich die Stadt oder das Land ein Schild aufgestellt hat, Tempo 30, dann kann man natürlich nicht einfach sagen, ich fahre hier 160, steht so in meinem Mietvertrag. Das sind also im Grunde zwei verschiedene rechtliche Instrumente, die dieselbe Frage regeln, nämlich wie schnell darf ich fahren. Und so ähnlich ist es hier auch. Also der Bund hat festgelegt im BGB, was in einem Mietvertrag drinstehen kann und unter welchen Voraussetzungen man da die Miete erhöhen kann. Und das Land Berlin sagt jetzt, wir können aber trotzdem noch als Land Berlin öffentlich-rechtlich sagen, du als Vermieter darfst nicht schneller als 160 fahren, um in diesem Bild zu bleiben. Du als Vermieter darfst nicht mehr Miete nehmen als so und so, du darfst die Miete eben nicht erhöhen. Und das ist, wie gesagt, ein anderer rechtlicher Zugriff auf dasselbe Problem. Und da sagt das Land Berlin, das geht kompetenzrechtlich in Ordnung. Und ich finde, das ist zumindest eine vertretbare Argumentation. Ich bin ehrlich gesagt sicher, dass das im Grundgesetz schlicht nicht drinsteht. Ob das Bundesverfassungsgericht das dann mitmacht oder nicht, da würde ich wirklich sagen, ist man in Gottes Hand. Aber im Zweifel würde ich denken, ist das ein Fall, weil das im Grundgesetz so eindeutig nicht drinsteht. Und weil dieser Kompetenztitelrecht der Wohnungswirtschaft auch viele Jahrzehnte schon genutzt wurde für genau solche Regelungen, spricht vieles dafür, dann im Zweifel zu sagen, dann hat der Gesetzgeber an dieser Stelle, also der demokratisch legitimierte Gesetzgeber, das Berliner Abgeordnetenhaus, im Zweifel die Möglichkeit, die Dinge zu regeln, weil es im Grundgesetz eben nicht eindeutig verboten ist. Also meine These, kompetenzrechtlich geht das in Ordnung. Aber was sagen, also die Wohnungseigentümer argumentieren ja anders. Die Wohnungseigentümer sagen, das ist ein Eingriff in unsere Grundrechte. Das ist ein zweites Argument. Das erste war das Kompetenzargument, das machen die auch. Das finde ich nicht so überzeugend. Und jetzt kommt diese Perspektive der Grundrechte. Das ist das zweite Argument. Dass das Eigentumsrecht unverhältnismäßig stark eingeschränkt wird. Was ist denn damit? Ja, und unverhältnismäßig wird das Eigentum beschränkt. Und außerdem werde nicht genügend zwischen Mietern differenziert, die zahlen können und nicht. Das ist so das Argument. Und dazu muss man klar sagen, ein Mietendeckel ist ein Eingriff in die Vertragsfreiheit, zum einen, die ja grundrechtlich geschützt ist. Und ein Mietendeckel ist zugleich auch ein Eingriff in das Eigentumsgrundrecht. Das handelt sich da um eine sogenannte Inhalts- und Schrankenbestimmung, weil der Gesetzgeber, der Landesgesetzgeber Berlins, den Vermietern Vorgaben dazu macht, wie sie ihr Eigentum nutzen können. Das muss man sagen. Das ist ein eindeutiger Eingriff in das Grundrecht. Allerdings muss man sagen, dass Artikel 14 des Grundgesetzes zugleich festlegt, Eigentum verpflichtet. Und sein Gebrauch soll zugleich der Allgemeinheit dienen. Das steht ausdrücklich im Grundgesetz drin, mit anderen Worten. Natürlich gilt das Eigentumsgrundrecht, so wie alle anderen Grundrechte auch, eben nicht unbeschränkt. Sondern diese Sozialbindung ist quasi Teil des Grundrechts. Das heißt, man muss sich dann die Frage stellen, ob dieser Eingriff des Staates oder in diesem Fall des Landes Berlin in das Eigentumsgrundrecht verhältnismäßig ist. Und das ist ja die Frage. Also ist er das? Ja, das ist die Frage. Verhältnismäßigkeit bedeutet geeignet, erforderlich, angemessen. Das heißt konkret, der Staat kann nicht einfach nur die Mieten deckeln und sonst nichts tun. Das ist, denke ich, die zentrale juristische Botschaft. Also dass ein Mietendeckel geeignet ist, um Mieten niedrig zu halten, das wird man kaum bestreiten können. Ob das erforderlich ist und angemessen, das ist die Frage letztlich, wo man diskutieren kann. Und ich würde denken, da ist ein ganz zentraler Aspekt. Zum einen, dass der Staat nicht nur die Mieten deckeln kann, sondern er muss auch alle oder jedenfalls eine Reihe anderer Möglichkeiten ausschöpfen, um seinen Einfluss auf den Mietpreis auszuüben. Da gibt es ja eine ganze Reihe Möglichkeiten. Genau, also das wäre auch meine zentrale Kritik. Also ich finde, so ein Mietendeckel, da kann man drüber nachdenken, aber eben nur als eine Maßnahme von vielen. Weil sonst alleine steht das da wie so eine recht populistische Maßnahme. Man kann das halt mal, so ein Gesetz ist relativ schnell beschlossen, aber alleine werden dadurch ja keine neuen Wohnungen geschaffen. Alleine durch den Mietendeckel entstehen keine bezahlbarer oder mehr bezahlbarer Wohnraum, den wir bräuchten, sondern es profitieren davon die Leute, die in diesen Wohnungen wohnen. Fein, nicht schlecht, aber alle anderen, die dazuziehen, die umziehen wollen, die profitieren davon nicht. Das Letztere würde ich so nicht unterschreiben, denn wenn ja schon auch Wohnungen frei werden, es versterben Menschen, es ziehen Menschen aus Berlin weg. Und dass dann bei einer solchen Neuvermietung die Miete nicht von 5 auf 14 Euro springt, sondern dass die weiterhin bei 5 Euro liegt, das ist natürlich auch sehr im Interesse der Menschen, die jetzt nach Berlin ziehen. Es entsteht kein neuer bezahlbarer Wohnraum. Das stimmt. Und ich glaube, und das sagen ja auch viele, ich habe ja beim DEW noch mal mit denen geredet vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die sagen, wir brauchen, der Staat muss einfach mehr selber bauen. Sozialwohnungen mit einer Bindung, die vielleicht auch unbefristet ist, wo der Staat günstige Wohnungen schafft. Und wenn er das in ausreichendem Maße tut, was er nicht tut, im letzten Jahr, glaube ich, ist sozusagen der soziale Wohnungsbau noch mal zurückgegangen, habe ich neulich gelesen, dann finde ich, ist das eine unverhältnismäßige Maßnahme. Ja, das würde ich genauso sehen, Philipp, wenn das quasi eine Einzelmaßnahme ist, die du ja gerade als populistisch bezeichnet hast, und der Staat ansonsten die Hände in den Schoß legt, würde ich auch denken, das ist nicht fair. Das heißt, das Land Berlin muss tatsächlich geltend machen können, plausibel, ja, wir greifen hier in die Grundrechte der Eigentümer ein, aber wir tun das tatsächlich, weil es nicht anders geht. Und ich meine, der Mietendeckel ist ja aus diesen Gründen auch schon zeitlich befristet. Es geht eben nicht darum, auf Dauer die Mieten einzufrieren, sondern es geht darum, die für fünf Jahre einzufrieren. Wie gesagt, eine Atempause dem Wohnungsmarkt zu verschaffen, um die nötige Zeit zu gewinnen, dass tatsächlich Neubau gefördert werden kann und insbesondere auch Sozialwohnungen entstehen können. Wenn man das tatsächlich so macht, wenn man sagt, wir halten das Ganze jetzt mal an, damit das hier nicht völlig aus dem Ruder läuft, und wir lockern dann diesen Mietendeckel in fünf Jahren Schrittchen für Schrittchen wieder. Wir lassen außerdem ein paar Ausnahmen zu, haben wir eben schon darüber gesprochen, in welchen besonderen Situationen das vielleicht nötig ist. Dann halte ich das im Grunde schon für angemessen. Und man muss natürlich sagen, Neubau, auch der Neubau könnte ja durchaus profitieren von dieser Regelung. Denn das Problem ist ja, dass man derzeit ja sehr, sehr viel sehr, sehr teuren Neubau erlebt. Gerade auf dem Berliner Wohnungsmarkt wird völlig am Bedarf vorbeigebaut. Kein Mensch baut günstige Wohnungen, die dann hinterher für sechs, sieben Euro kalt vermietet werden, sondern es entstehen im Wesentlichen Luxuswohnungen für 15 Euro plus, die einfach völlig am Bedarf vorbeigehen. Die also den Menschen überhaupt nicht helfen, die heute keine Wohnungen finden. Und insofern muss man sehen, Neubau ist natürlich total wichtig. Aber ob der Neubau tatsächlich auch den Wohnungsmarkt entlastet, das ist alles andere als sicher. Da muss man sich auch noch neue Steuerungselemente einfallen lassen, denke ich, damit tatsächlich billiger Wohnraum geschaffen wird. Philipp, du hast schon gesagt, ein Stichwort kann sein Sozialwohnungsbau. Aber natürlich muss man auch versuchen, private Investoren dazu zu bringen, dass sie eben Wohnungen bauen, die tatsächlich den Wohnungsmarkt entlasten. Ja, genau. Also dazu haben wir auch oft über die Grundsteuer zum Beispiel geredet. Wenn das Land jetzt die Möglichkeit bekäme, so eine Bodenwertsteuer einzurichten, dann hätten sie da schon erhebliche Lenkungsmöglichkeiten, um zum Beispiel auch Baulücken zu regeln, die ja momentan sehr teuer sind, weil es da keinen richtigen Bebauungsplan gibt. Da kann man mehr oder weniger bauen, was man will. Und da hätte das Land schon mehr Möglichkeiten. Sie könnten halt und müssten Sozialwohnungen bauen. Ich glaube aber auch, dass das Ganze deshalb so schwierig ist, weil es eben in einen größeren Komplex reingehängt gehört. Also wenn das Land mehr bauen muss und auch will, dann bedeutet das, dass man eigentlich innerstädtisch verdichten muss. Das bedeutet, dass große Flächen, die in Berlin zum Beispiel jetzt Grünflächen sind, wie das Tempelhofer Feld, wie andere Bereiche, die jetzt sehr grün sind, dass die wahrscheinlich bebaut werden müssen. Dagegen stemmt sich dann aber wieder die Anwohner. Ja, die aber auch sehr schön natürlich den Anblick genießen und natürlich die schöne Luft genießen. Und natürlich würde so eine Verdichtung auch zu mehr Stress führen. Da würde ich dann aber sagen, die führt auch deshalb zu mehr Stress, weil unser öffentlicher Nahverkehr und die ganze Autosituation so ist, wie sie ist. Und da schließt sich dann der Kreis. Wenn halt der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden würde und es Autos schwerer gemacht werden würde, in der Stadt zu fahren, dann wäre auch so eine Verdichtung für die, die sich jetzt dagegen wehren, akzeptabler. Und da vermisse ich halt so ein Gesamtkonzept. Ja, ich denke, Verdichtung ist ein sehr gutes Konzept, allerdings nicht unbedingt auf Kosten von öffentlichen Grünflächen. Denn davon gibt es ja unterm Strich gar nicht so viele. Es gibt viel andere überzeugende Konzepte für Verdichtung. Stichwort Überbau von Parkplätzen. Also es ist ein totaler Witz. Wie fragst du, ob das reicht? Ja, da kann man natürlich lange drüber reden. Aber wenn du dir mal die Fläche anguckst, das Templo verfällt es und dann schaust, wie viele Parkflächen alleine Aldi und ähnliche Läden in Berlin belegen, da bin ich mir relativ sicher, dass mit Überbau jedenfalls eine ganze Menge passieren kann. Ich glaube, das ist halt so eine klassische Frage der Anreize, die man da setzt, damit Unternehmen das tun. Und es gibt ja gerade bei Aldi auch schon Modellprojekte. Ich glaube, in München vor allem, da haben wir auch schon mal von einer Weile in der Lage darüber berichtet, dass man das tun kann. Also gerade an die Grünflächen ranzugehen, Philipp, da würde ich denken, das wäre jetzt aus meiner Sicht eher eine Überreaktion, sondern ran an die Parkplätze und ran an die Brachflächen. Das wäre eine gute Idee. Ich habe auch gelesen, dass jetzt bei Immobilieninvestoren schon Autohäuser so als Filetgrundstücke gelten. Totale Platzverschwendung. Weil denen allen klar ist, die wird es nicht mehr lange geben. Also jedenfalls nicht mehr in dem Ausmaß. Und häufig sind die an zentral gelegen. Und da reißen sich angeblich schon die Investoren rum. Ja, also da geht noch eine Menge. Was, glaube ich, noch spannend ist an dem Ganzen, kleiner Meldung am Rande. Der Haus- und Grundverband hat dazu aufgerufen, ganz schnell noch die Miete zu erhöhen. Das war, glaube ich, ein heißer Kandidat für den PR-Fail des Sommers 2019. Denn damit hat man natürlich so den Hass breiter Kreise der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Und nicht zuletzt auch Kritik sogar aus der Union. Die Union, die ja in der Tendenz eher auf Seiten der Vermieter steht, fand das dann doch so ein bisschen überschießend. Ich finde an diesem Berliner Projekt, jetzt von den Details abgesehen, noch sehr, sehr spannend, dass es eben so ein bundesweites Modellprojekt ist. Und aus meiner Sicht ein Musterbeispiel dafür, warum es so wichtig ist, die Kompetenzen der Länder zu sichern. Das wird ja im Bereich zum Beispiel Bildung immer sehr hoch gehalten, aber auch zum Beispiel im Bereich Polizeirecht und so, dass die Länder da eigene Kompetenzen haben. Alles schön und gut, aber in diesem Bereich, finde ich, sieht man sehr deutlich mal, warum das eigentlich so wichtig ist. Da geht es ja nicht nur um quasi so Landesidentitäten, so was, was die Bayern immer besonders hochhalten, unsere bayerische Kultur und so, sondern wenn Stillstand im Bund herrscht, dann ermöglichen es Landeskompetenzen eben auch den Ländern, dass sie mit gutem Beispiel vorangehen können oder vielleicht auch mal mit schlechtem Beispiel. Das würde ich ja gar nicht sagen. Vielleicht scheitert dieser Berliner Mietendeckel auch. Glaube ich zwar nicht, aber kann ja auch mal sein. Ich finde einfach so spannend daran, wenn Länder vorangehen, dass man einfach mal ausprobieren kann, was wirkt und was nicht. Dann sind eben einzelne Bundesländer bundesweit im Grunde so eine Art Modellprojekt oder so eine Art Labor, wo man mal gesetzliche Möglichkeiten ausprobieren kann. Und das ist ja letztlich genau die Idee hinter dem sogenannten Wettbewerbsföderalismus. Dass man eben nicht 16 verschiedene Landesgesetze hat oder Landesrechte hat, einfach nur, weil das so schön ist, damit jeder so ein bisschen machen kann, was er will, sondern damit man ausprobieren kann, was besonders gut funktioniert oder vielleicht auch nicht so gut funktioniert und dann insgesamt zu besseren Lösungen kommt. Und ich finde, so kann man an diesem Beispiel sehr schön erkennen, es ist einfach total wichtig, dass man den Ländern auch ihre Eigenständigkeit lässt im Bereich der Legislative. Parallel dazu gibt es ja auch dieses Volksbegehren, enteignet die Deutsche Wohnen, was nicht nur die Deutsche Wohnen betrifft, sondern alle Wohnungsbauunternehmen, die mehr als 3000 Wohnungen in der Stadt haben. Da hat jetzt diese Bürgerinitiative ein ziemlich bundesweit einmaliges Volksbegehren angestrebt und jetzt rund 80.000 Unterschriften beim Senat abgegeben. Das ist weit mehr als erforderlich. Also dieser Prozess läuft und das Politiklabor, Mietlabor Berlin brodelt. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar ist das ein bisschen ein Weiterdreh des Themas, was wir letzte Woche schon angeschnitten haben, nämlich nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und der vermutlich aller Wahrscheinlichkeit nach einen rassistisch-nazistisch-nationalsozialistischen Hintergrund hat. Und gibt es auch wieder eine Debatte um den Hass im Internet. Das ist ja ein uraltes Thema der Union, dass da mehr Ordnung rein muss in das Internet. Stichwort Nummernschild im Netz. Also brauchen wir alle Klarnamenpflicht. Muss es eine Möglichkeit geben, all die, die sich im Netz äußern, mit Klarnamen zu identifizieren. Und diese, wie gesagt, Diskussion ist sehr alt, ist nach dem Video um Rezo wieder hochgekocht durch die Union. Und jetzt ist, wie gesagt, dadurch, dass dieser Mord am Regierungspräsidenten begleitet wurde von Hass und Häme im Netz, vor allen Dingen in rechten Foren vor dem Mord, aber eben auch nach dem Mord. Und wahrscheinlich davon ausgegangen werden kann, dass dieser Mord, so er denn vom Verdächtigen begangen wurde, auch mindestens begünstigt wurde durch diesen Hass im Netz, ist die Frage aufgetaucht, muss es Klarnamen geben. Ja, ganz genau. Das ist schon immer diese alte Diskussion. Werden im Netz eigentlich deswegen Straftaten begangen oder schreiben Menschen rechtswidriges Zeug unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit, weil sie im Netz anonym sind? Und da muss man ganz ehrlich sagen, schon so eine quasi isolierte Betrachtung dieser Klarnamenspflicht, die bringt einen doch schnell zu der Erkenntnis, dass das wahrscheinlich ganz wenig helfen würde. Klar, ich will nicht ausschließen, dass so hier und da mal jemand, der sich dann meinetwegen bei Twitter oder bei Facebook mit seinem Personalausweis identifizieren musste, dass der dann hinterher sich irgendwie vorsichtiger äußert. Aber das Ding ist ja, schon heute gibt es auf Facebook eigentlich eine Klarnamenspflicht. Die Leute melden sich aber einfach nicht an. Also viele haben auf Facebook zwar ihren Klarnamen angegeben, aber eben auch lange nicht alle. Und ob man das dann wirklich so umsetzen kann, dass da jeder seinen Perso vorzeigen muss, ob Facebook das auch überhaupt schafft und mitmacht. I don't know. Und vor allem bleibt ja die Frage, was ist denn eigentlich mit Leuten, die sich, die quasi ihren Wohnsitz einfach im Ausland angeben, so dass die Pflicht dann für sie nicht gelten würde. Sollen die dann in Deutschland gesperrt werden? Werden dann also Accounts aus den Vereinigten Staaten auf Facebook, werden die dann im deutschen Facebook gar nicht mehr angezeigt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich glaube, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Außerdem, wie gesagt, viele Leute haben ja auf Facebook heute schon ihren Klarnamen angegeben und begehen trotzdem massenweise Straftaten. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja auch eine Sache, die so eine Verwunderung ausgelöst hat, dass da Leute unter ihrem Klarnamen irgendwie übelste Straftaten eigentlich begehen und Hass verbreiten. Da kann man sich nicht vorstellen, ja, weiß ich nicht, dass das groß was ändern würde. Außerdem ist es ja, Facebook ist ja nur eine Sache, das ist ja noch ein relativ greifbarer Akteur. Aber es gibt ja so viele andere Foren und Plattformen, auf denen man sich austauschen kann. Und da ist es schwer vorstellbar, wie da Klarnamenpflicht durchgesetzt werden soll. Das ist so ein bisschen die Frage, ja. Ja, also in dieser Diskussion wird natürlich auch immer sofort vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz gesprochen, was ja gilt. Was ist denn davon jetzt zu halten in dieser Debatte? Wirkt das denn irgendwie? Also die Idee war ja, eben da Hass und rechtswidrige Posts auf Plattformen zu begrenzen und zumindest verschwinden zu lassen. Ja, also man muss wohl deutlich sagen, dass das bislang noch nicht so richtig funktioniert hat. Also das NetzDG gilt ja auch nicht für alles, was rechtswidrig ist, sondern nur für manche Straftaten. Lange nicht für alles, was rechtswidrig ist. Und das Problem ist halt auch, dass diese Plattformen irgendwie doch relativ überfordert sind. Also sie haben zwar inzwischen natürlich alle irgendeine Art von Beschwerdemanagement eingeführt, aber die Entscheidungen sind oft nicht nachvollziehbar. Also in den Fällen, wo ich mal Dinge gemeldet habe, ich habe das mal so ein paar Mal testweise versucht, wenn ich mir absolut sicher war, dass jemand sich strafbar gemacht hat auf Twitter, kam dann immer eine böse Mail von Twitter zurück, hier, da war nichts dran, mein Lieber. Und im Übrigen, wenn du weiter so einen Quatsch anzeigst, dann nehmen wir das in Zukunft nicht mehr so ernst. Jetzt mal etwas paraphrasiert, fand ich eher irritierend. Bei Facebook habe ich es jetzt in letzter Zeit nicht mehr probiert, weil ich so wenig auf Facebook bin. Also man muss sehr deutlich sagen, in den wenigen Fällen, wo ich es getestet habe, kann man sehen, deutliches Underblocking. Auf der anderen Seite gibt es aber, also zu wenig Blockieren quasi. Und auf der anderen Seite berichten aber natürlich viele im Netz auch davon, dass insbesondere Twitter auch zu viel gemacht hat. Also mit anderen Worten, das NetzDG, es ist sehr schwer, das fair zu evaluieren, weil auch die Statistiken, die die Netzbetreiber abliefern müssen, leider nicht so wahnsinnig aussagekräftig sind. Es ist auffällig, dass es sehr wenig Beschwerden gibt. Aber das NetzDG scheint jedenfalls nicht die Lösung des Problems zu sein. Es gibt eben, das hat dieser Fall Lübcke ja gezeigt, weiterhin einfach sehr krasse Verstöße gegen Rechtsnormen im Internet. Und deswegen hatte ich ja vor einigen Wochen schon in der Lage diesen Vorschlag gemacht, Leute, hängt euch nicht an der Anonymität auf. Die ist nicht das Problem. Ja, Leute begehen unter Klarnamen Straftaten und man wird die Anonymität eh nicht ganz verhindern können. Und selbst wenn man das kann, hat sie eben große Kollateralschäden zufolge. Wir haben schon gesprochen über das Beispiel, wenn jemand sich in einem kleinen Dorf, das von Nazis dominiert wird, gegen Rechts engagiert, dann wird man das vielleicht nicht unter Klarnamen tun. Und lustigerweise ist es auch so, dass die meisten Richterinnen und Staatsanwälte in Deutschland, die auf Twitter aktiv sind, das alle unter Pseudonym tun. Es gibt einige Ausnahmen, die das unter Klarnamen machen. Aber ganz viele Twitter-Accounts werden Pseudonym jedenfalls betrieben. Ja, da gibt es irgendwie einen wahrscheinlich Richter, der unter dem Namen Hohes Gewicht twittert. Ja, nicht Hohes Gericht, sondern Hohes Gewicht. Und dann irgendwie so ein Foto von so einem Schweinchen in der Richterrobe irgendwie als Profilbild und so. Und solche Leute gibt es reihenweise, die eben an den Provinzstaatsanwalt, fällt mir noch spontan ein, und viele, viele andere, die eben unter Pseudonym twittern. Und das finde ich schon interessant, ja, wenn Leute aus der Justiz auch meinen, na, lieber nicht mit offenem Visier twittern. Und ich finde es auch gut, denn dann können die halt Klartext reden. Insofern Klarnamenspflicht wäre auch böse für die Debatte. Deswegen hatte ich vor ein paar Wochen ja schon diesen Vorschlag gemacht. Den habe ich jetzt noch mal aufgeschrieben. In der neuen juristischen Wochenschrift ist eine Fachzeitschrift. Und im Tagesspiegel, Ausgabe vom heutigen Freitag, gibt es mal so eine Idee von mir, wie man das, glaube ich, besser ausgestalten könnte. Nämlich mit einem gerichtlichen Verfahren, um Accounts sperren zu lassen. Wie gesagt, eine Idee hier aus der Lage, habe ich jetzt mal ein bisschen ausformuliert. Die Idee ist halt, dass man sagen kann, hey, liebes Gericht, der Account so und so, fällt ständig durch rechtswidrige Äußerungen auf, der sollte doch mal gesperrt werden. Und dann könnte das Gericht eine zeitweilige Sperre über diesen Account verhängen. Oder insbesondere, wenn das schon mehrfach vorgekommen ist, auch eine dauerhafte Sperre. Da kann man natürlich sagen, na, das kratzt die Leute ja nicht. Dann legen die sich einen neuen Account an. Aber der Punkt ist ja, dass dieser neue Account dann ja null Follower hätte. Und deswegen glaube ich schon, dass das Menschen durchaus interessiert, wenn ihre Twitter-Accounts oder ihre Facebook-Accounts zeitweise gesperrt werden, sodass sie in Deutschland nicht mehr angezeigt werden können. Und ich denke, da sollte der Gesetzgeber tätig werden. Denn das ist ja nicht nur eine Möglichkeit, gegen anonyme Accounts vorzugehen, sondern auch eine Möglichkeit, gegen Accounts vorzugehen, die von Menschen im Ausland betrieben werden. Wenn jemand aus den USA ständig auf Deutsch irgendwelche Leute beleidigt und anpöbelt oder mit Vergewaltigungsdrohungen überzieht, dann wäre ein solches gerichtliches Verfahren auch eine Lösung. Also ich habe das mal genannt, ein digitales Gewaltschutzgesetz. Ein Gewaltschutzgesetz gibt es ja schon. Das ist so gegen die prügelnden Ehemänner. Die kann man dann vom Gericht quasi mit einem Sperrradius belegen lassen als Opfer. Kann man sagen, hier, der darf sich jetzt meiner Wohnung nicht auf weniger als 200 Meter nähern. Und so ein bisschen so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Accounts sperren für zwei Wochen, für sechs Wochen oder auch mal auf Dauer, wenn Menschen rechtswidrige Inhalte posten. Und das, glaube ich, sollte der Gesetzgeber sich mal überlegen. Ja, aber dann hast du ja nur die Accounts. Also du gehst dann ja gegen Accounts vor. Und das hat einen ähnlichen Ansatz wie das NetzDG, nämlich Hass und rechtswidrige Äußerungen rauszukriegen und ein bisschen mehr an der Wurzel zu packen, als das NetzDG das tut. Aber was ja dabei immer noch offen ist, ist die tatsächliche Strafverfolgung. Also wenn Accounts zu Straftaten aufrufen, Straftaten begehen, dann kann man sie vielleicht durch ein Gericht sperren, rausnehmen lassen. Aber die, die dahinter stecken, sind damit dann ja noch nicht strafrechtlich belangt und noch nicht Objekt von Ermittlungen. Und da müssen, glaube ich, die Strafverfolger ja auch mehr tun. Die Länder, finde ich, tun da zu wenig. Und vor allen Dingen müsste man eben bei den Staatsanwaltschaften wirklich mehr Spezialisten einsetzen, die solche schweren Straftaten im Netz dann auch verfolgen. Ja, also schwere Online-Straftaten werden ja schon verfolgt. Stichwort Kinderpornografie. Also da kriegen natürlich alle gleich einen roten Kopf. Achso, du meinst eigentlich eher für diese vermeintlich leichteren Straftaten. Ganz genau. Es geht um diese vermeintlich leichteren. Weißt du, wenn jemand online Riesenbetrügereien begeht, wo es um Millionen geht oder wenn jemand eben online mit Kinderpornos handelt. Das sind so Taten, da verstehen die Staatsanwaltschaften. Jetzt wird es ernst und da wird schon so halbwegs engagiert ermittelt. Ist sehr unterschiedlich. Aber in Berlin kann ich sagen, gibt es da inzwischen eine Abteilung, ich habe die neulich auch mal näher kennengelernt, die Kolleginnen und Kollegen da, die sehr engagiert sind. Aber da geht es halt immer um die dicken Dinger. Und diese Beleidigungen auf Twitter oder Vergewaltigungsdrohungen, das wird einfach bislang nicht ernst genommen. Ich will jetzt nicht konkret für Berlin sprechen, sondern generell ist das Problem, dass die Strafverfolgung in diesem Bereich einfach, ich will nicht sagen nahe Null ist, aber das Risiko, dass man da wirklich mal Ärger kriegt mit der Staatsanwaltschaft, ist so gering, dass sich bei den Menschen einfach so das Gefühl einstellt, man kann da machen, was man will. Und wie gesagt, eine Lösung wären diese Accountsperren, aber natürlich müsste man auch die Strafverfolgung intensivieren. Das Problem ist nur, dass selbst bei Accounts, die unter Klarnamen betrieben werden, dann ist natürlich eine Verteidigung gibt, die im Einzelfall sehr schwer zu widerlegen sein kann, nämlich klar, das ist mein Account, habe ich aber nicht geschrieben. Hat mein Sohn gemacht, war ich wohl noch, oder hat irgendjemand in meiner Familie gemacht? Wer das genau war, sage ich nicht, muss ich auch nicht, oder das Passwort wurde geklaut oder sowas. Passwort wurde geklaut oder ich war halt noch eingeloggt, das muss irgendwer anders aus meiner WG gemacht haben. Irgendwie solche Einlassungen, wo man gar nicht in Abrede stellt, dass einem dieser Account gehört, deswegen bringt auch die Klarnamenspflicht in diesem Bereich nichts, wo man aber sagt, ich war es nicht und dann kann der Staatsanwalt im Zweifel nur sagen oder die Staatsanwälte, ja sorry, ist nicht aufzuklären, stellen wir ein. Und genau in dieser Situation wäre es doch wunderbar, wenn dann der Staatsanwalt nicht einfach sagen müsste, können wir gar nichts machen, Einstellung Ende, sondern man sagen könnte, wir stellen das Strafverfahren ein, zugleich reiche ich aber die Akte weiter an den Betroffenen oder an zum Beispiel auch eine Opferhilfestelle, ja, denken wir an diese Amadeo Antonio Stiftung oder so, die sich ja zum Beispiel gegen Ausländerhass im Netz einsetzt und die könnten dann beim Gericht einen Antrag stellen, okay, also Strafverfahren hat leider zu nichts geführt, aber wir wissen, es geht um diesen Account und der Inhalt ist rechtswidrig, jetzt bitte mal diesen Account vier Monate offline nehmen und ich glaube, dass das auch bei den Betroffenen einfach, wie soll ich sagen, so diesem Ohnmachtsgefühl entgegenwirken könnte, sondern wenn ein Strafverfahren eingestellt wird, wo man sich sicher ist, dass einem da Unrecht geschehen ist, das ist halt wahnsinnig frustrierend, aber das liegt in der Natur der Sache, wenn man den Täter, die Täterin nicht eindeutig identifizieren kann, ja im Zweifel für den Beschuldigten und den Angeklagten, da muss man das eben einstellen, aber mit diesem Account-Sperren-Verfahren wäre das dann einfach nicht das Ende der Debatte, sondern dann könnte man an der Stelle einfach weitermachen und sagen, wir wissen zwar nicht, welche Person das war, aber dieser Account war es auf jeden Fall und den schalten wir jetzt erstmal ab. Du warst in Brüssel und hast dich mal etwas informiert und zwar geht es da um ein Vorhaben gesetzlicher Art auf EU-Ebene, was bisher völlig unter dem Radar verläuft und durchaus schwierige Auswirkungen haben könnte, je nach Ausgestaltung und zwar geht es da um den europäischen, europaweiten Austausch von elektronischen Beweismitteln. Das Stichwort hier ist E-Evidence. Ja, ganz genau. Das ist ein sehr wichtiges Thema, Philipp und wir wollten das jetzt einfach mal darstellen, dass da was kommt. Was genau kommt, ist noch gar nicht klar, aber wir haben so das Gefühl, das droht so einer dieser Klassiker zu werden auf europäischer Ebene, wo im Grunde gerade auch die Presse, die Menschen in den Mitgliedstaaten ganz, ganz lange verpennen, dass da was kommt und dann irgendwann ist das alles beschlossen und alle schreien ganz laut auf. Denn das kann nämlich richtig großartig werden, was die Kommission hier plant und was da im Gesetzgebungsverfahren ist, das kann aber auch richtig in die Uhr gehen aus bürgerrechtlicher Sicht und enorme Kollateralschäden verursachen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass diese Debatte jetzt offen geführt wird. Philipp, du hast es gesagt, der Rat hat sich schon positioniert, das nennt sich dann im Europasprech die sogenannte allgemeine Ausrichtung. Das ist so eine Art politische Positionierung des Rates zu dem Vorschlag der Kommission zur Verordnung schon im Dezember 2018. Diese Verordnung soll, oder muss ich kurz erklären, worum es eigentlich gehen soll. Es soll gehen um einen einfacheren Austausch von elektronischen Beweismitteln in der EU. Also die Grundidee ist, dass zum Beispiel ein Staatsanwalt in einem Mitgliedstaat, wenn er Daten braucht aus einem anderen Mitgliedstaat, diese Daten ganz unbürokratisch und einfach bekommen kann. Machen wir mal ein Beispiel. Ein Staatsanwalt in Deutschland ermittelt wegen eines E-Mail-Betrugs. Und in diesem Ermittlungsverfahren kommt raus, der Mensch, der diesen Betrug mutmaßlich begangen hat, der hat eine E-Mail-Adresse bei einem Provider in den Niederlanden. Und dann soll der deutsche Staatsanwalt in Zukunft einfach bei dem Provider in den Niederlanden nachfragen können, welche Daten der denn so von dem Menschen hat. Also zum einen geht es da um die Bestandsdaten, was ist da so hinterlegt worden als Name und Adresse für diese E-Mail-Adresse, welche Verkehrsdaten sind angefallen, also insbesondere zum Beispiel von welchen IP-Adressen aus hat sich derjenige bei seinem E-Mail-Konto eingeloggt und letztlich dann, und da wird es natürlich dann so ein bisschen heikler, soll es auch um Inhaltsdaten gehen. Also die Frage, was steht denn so drin in den E-Mails? Was ist da so in der Inbox? Es soll allerdings nicht gehen um die sogenannte Telekommunikationsüberwachung. Also nicht die Live-Überwachung, was da so an neuen Mails ankommt, sondern nur das, was sozusagen an Spuren bei den Plattformen hinterlassen wurde. Genau, und dazu soll es jetzt eben zwei Rechtsinstrumente geben, zum einen die Richtlinie, also die Richtlinie soll im Grunde zwei Dinge ermöglichen, zum einen eine Sicherstellungsanordnung, das ist so ein bisschen so eine Art Einfrieren der Daten, die schon da sind, damit sie nicht gelöscht werden und dann soll es auch eine Übermittlungsanordnung geben, wo man dann tatsächlich sich Beweismittel aus dem Ausland sehr unbürokratisch als deutscher Staatsanwalt schicken lassen können soll und dazu hat der Rat eben zugestimmt, ja, der Richtlinie schon jetzt im März 2019. Das war ein Vorschlag der Kommission, der Rat hat zugestimmt und jetzt muss eben das Parlament beraten und sich eine Meinung bilden. Ja, ganz genau und wie gesagt, nur ganz kurz nochmal dafür, die drei Elemente zusammen haben, also Richtlinie bezieht sich auf diese beiden Anordnungen, Einfrieren und Daten übermitteln, dann gibt es zweitens eine Verordnung, die hat zum Zweck, dass alle Provider Ansprechstellen in der Europäischen Union angeben müssen und dann gibt es ein drittes Element und das ist vielleicht rechtsstaatlich auch besonders heikel, hat der Rat die Kommission beauftragt, auch mit den USA über einen solchen Datenaustausch zu verhandeln. Also dann sollen die Daten nicht nur innerhalb der EU ausgetauscht werden können, sondern unter bestimmten Voraussetzungen auch mit den USA. Aber du hast es gesagt, Philipp, jetzt ist das Europäische Parlament am Zug, der Rat hat dem Ganzen im Prinzip zugestimmt, hat dieses Verhandlungsmandat erteilt und jetzt muss man schauen, was das Europäische Parlament mit diesem Vorschlag macht. Da ist die Berichterstatterin schon im vergangenen Jahr festgelegt worden für im alten Europäischen Parlament, da war das Birgit Sippel von der SPD, eine deutsche Abgeordnete und jetzt muss man sehen, das Parlament ist ja gerade nicht so richtig spruchfähig, Philipp, oder handlungsfähig. Nee, die sind nicht so richtig noch nicht dabei, deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch ein ganz guter Punkt, um da mal den Fokus drauf zu lenken, denn ich würde ja sagen, dass das Grundeinliegen ja eigentlich richtig ist. Also wenn wir uns in der EU als so einen Staatenverbund verstehen und wenn wir natürlich sehen, dass Straftaten natürlich auch keinen Halt mehr machen im Internet vor nationalen Grenzen, schon mal gar nicht innerhalb der EU, finde ich, dann klingt es erst mal plausibel, dass Strafverfolger natürlich eine Möglichkeit haben sollten, ja womöglich genauso leicht auf Nutzerdaten bei Ebay in Spanien zuzugreifen, wie sie das in Deutschland haben. So, also wenn ich das aber richtig sehe, gibt es ja dann häufig im Detail wieder so mal Probleme, die das im Detail dann doch etwas schwieriger machen, als das so auf den ersten Blick sieht. Also zum Beispiel soll es ja, soll diese Anforderung möglich sein, von Daten, von Plattformen sie anzufordern, wenn es dabei um einen Straftatbestand geht, der mindestens drei Jahre Haft erlaubt. Also da spielt der konkrete Fall keine Rolle, sondern nur der Straftatbestand, um den es da geht, der muss nach lokalem Recht mindestens drei Jahre erlauben. Warum ist das ein Problem? Ja, das ist einfach eine extrem niedrige Schwelle. Das heißt also, da sind praktisch alle Straftaten mit ganz wenigen Ausnahmen aus dem deutschen Strafgesetzbuch mit enthalten. Wie zum Beispiel? Also fast immer reicht zum Beispiel ein Diebstahl, ein ganz einfacher Diebstahl, der reicht der Strafrahmen bis fünf Jahre Freiheitsstrafe. Kann ja auch mal um einen sehr wertvollen Gegenstand gehen. Stellen wir uns vor, jemand stiehlt, ja, stellen wir uns vor, Ausstellung in Deutschland, da kommt der Schatz des Zutarch Amun zu Besuch und irgendjemand rennt da nachts in diese Ausstellung und schleppt die Totenmaske weg, ja, diese weltbekannte Goldmaske. Ja, das ist ein besonders schwerer Fall eines Diebstahls, weil es um einen einfach einmaligen Gegenstand geht, der aber, der aber eben vielleicht dann nicht mit einer Geldstrafe angemessen sanktioniert wäre, ja, insbesondere wenn der Mensch dann noch vielleicht viele vorstellt. Aber wäre es dann nicht in Ordnung, in so einem Fall auch, ja, Daten abfragen zu können? Ich denke auch, dass es, ich denke, dass es im Grundsatz alles in Ordnung ist. Man muss halt so ein bisschen, wie das so häufig ist in der Juristerei, auf die sogenannten Edge-Cases gucken. Also man muss darauf, auf die Spezialfälle gucken, auf die, an die man erst nicht so denkt, wo man dann aber irgendwann merkt, oh la la, das ist vielleicht doch ganz schön heikel. Wie gesagt, grundsätzlich mal ist es ja eine ganz gute Idee zu sagen, nur Straftaten ab einem bestimmten Gewicht, nur das Problem ist, wenn man da auf den Strafrahmen schaut, was der maximal erlaubt und nicht darauf, was im konkreten Fall möglicherweise in Rede steht, dann erfasst man leider auch im konkreten Fall minimal dramatische Fälle und da stellt sich dann schon die Frage der Verhältnismäßigkeit, denn und da wird es dann langsam spannend, auf der anderen Seite, also auf der Seite des ausführenden Staates soll es überhaupt keine Kontrolle mehr geben. Also wenn irgendein Staatsanwalt der Meinung ist, diese Daten möchte ich haben und das nach seinem nationalen Recht mit dem, falls ein Richter Vorbehalt zum Beispiel hat, muss er die natürlich einhalten, aber wenn er das nach seinem nationalen Recht verlangen kann, dann soll das auch europaweit so gelten. Und auch da würde ich noch sagen, grundsätzlich ist das in Ordnung, in der EU sind wir ja alle Rechtsstaaten und da vertraut man sich. Ja, aber wie ist das zum Beispiel, also wir haben ja auch so ein paar schwierige Kandidaten in der EU, wir haben die Polen zum Beispiel oder die Ungarn, also nicht, dass die generell schwierig wären, aber die haben halt so ein paar Straftatbestände, wo man hier in Deutschland wahrscheinlich schon zusammenzuckt, wenn deshalb hier Daten abgefragt werden. Also beispielsweise ist es soweit ich weiß, in Polen ja eine Straftat, den Anteil Polens am Holocaust zu benennen. Genau, das darf man nicht. Man darf nicht sagen, dass es auch Polen gab, die mit den deutschen Besatzern kollaboriert haben und sich da quasi mitschuldig gemacht haben am Holocaust. So, wenn das jetzt beispielsweise, ja weiß ich nicht, entweder ein deutscher Staatsbürger tut oder da auf deutschen Plattformen solche Behauptungen getätigt werden, dann wäre es ja durchaus denkbar, dass ein polnischer Staatsanwalt kommt und sagt, hier, das ist bei uns ein Straftatbestand, dafür kannst drei Jahre Knast geben, bitte mal her mit den Daten. Und dann würde das nach dem, was wir jetzt wissen, auch auf deutscher Seite niemand mehr wirklich überprüfen. So ist es zurzeit geplant und das ist in der Tat ein großes Problem. Also eine wirkliche Kontrolle ist da nicht vorgesehen. Unter bestimmten Voraussetzungen für bestimmte Daten ist eine Benachrichtigung deutscher Stellen geplant, aber insbesondere auch keine richtige Prüfungsmöglichkeit des Providers. Also der deutsche Provider, der dann so eine polnische Anweisung bekommt, der muss halt erstmal liefern. Die deutschen Behörden werden nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt informiert und könnten auch dann nur quasi in Polen sagen, liebe Leute, überlegt nochmal, ob das wirklich so in Ordnung ist. Und es liegt letztlich in der Hand der Polen, ob sie ihre eigene Anordnung zurücknehmen. Keine wirklich harte Kontrolle auf deutscher Seite und wie gesagt, der deutsche Provider muss trotzdem liefern und die Fristen sind kurz. In Notfällen, wie das so schön heißt, in diesem Entwurf sollen sechs Stunden Frist gelten. Und wenn man sich mal überlegt, sechs Stunden Frist, also in der Zeit wird keine deutsche Behörde in der Lage sein, in Polen zu sagen, Leute, Moment mal und dann noch dazu, das kam ganz sicher nicht mehr dazu, dass in Polen die Leute ihre Anforderungen zurücknehmen. Also da denke ich, ist diese grundsätzlich total sinnvolle Regelung so ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen und man kann sich ja auch noch etwas krassere Sachen vorstellen. Ja, denk mal in der Türkei gibt es Straftatbestand, Beleidigung des Türkentums. Aber das ist ja nicht EU. Das ist nicht EU, aber wie ist denn die Lage in Ungarn? Ungarn ist momentan wirklich auf dem Weg zu einem autoritären Staat. Was ist denn, wenn es dann irgendwann... Beleidigung des Ungarntums oder sowas gibt. Ja, Beleidigung des Ungarntums und dann wird mit einmal, wenn Daten von Deutschen an Ungarn ausgeliefert wegen solcher shady Straftatbestände und das muss man ganz ehrlich sagen, das kann es irgendwie nicht sein. Deswegen wäre ehrlich gesagt mein Appell, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, ich habe keine abschließende Meinung zu diesen Regelungen, das ist ja ein ganzes Geflecht, zu sagen, liebes europäisches Parlament, im Prinzip eine super Sache, sollte man nicht blockieren, aber es sollte statt dieser doch sehr wagen Regelung drei Jahre Mindesthöchststrafe, ja, es muss also drei Jahre verhängbar sein wegen dieses Straftatbestands theoretisch, auch wenn es im konkreten Fall viel weniger ist. Stattdessen sollte man eine positive Liste einführen von Straftatbeständen, wo das in Ordnung ist. Also erstmal so als Testballon, oder? Genau. Erstmal als Testballon, das hat man zum Beispiel beim europäischen Haftbefehl auch so gemacht. Da steht nicht so eine pauschale Generalklausel drin, sondern da steht drin, ein Katalog von Straftatbeständen und wegen dieser Straftaten, wenn wegen dieser Straftaten ein Haftbefehl national ergangen ist, dann kann auch ein europäischer Haftbefehl beantragt werden, wo dann ja zum Beispiel auch die Vollstreckungsstaaten nicht mehr so wahnsinnig viel prüfen können, wo auch im Prinzip man sich darauf verlässt, dass der ersuchende Staat das geprüft hat. Ich denke, so eine Positivliste von Straftatbeständen, da könnte man dann eben reinschreiben, Verbreitung von Kinderpornografie und noch ein paar andere gravierende Straftaten, kann man sich ja orientieren am europäischen Haftbefehl. Wenn man das da reinschreibt, dann kann man relativ sicher sein, dass dieses im Prinzip total sinnvolle Instrument nicht ausgenutzt wird, um rechtsstaatswidrige Beweiserhebungen durchzuführen. Dann könnte man sozusagen damit erstmal Erfahrung sammeln, aber wie ist denn das mit Betroffenen? Sollen die benachrichtigt werden? Wenn ja, wie? Ja, das ist ehrlich gesagt alles noch so ein bisschen unklar und da gibt es auch noch ein Dissens zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten, die im Rat auch noch so ein paar Fußnoten dran geschrieben haben. Also das ist jetzt ehrlich gesagt sehr komplex, das darzustellen. Natürlich soll es einen Rechtsschutz geben, aber... Aber wie würdest du das denn machen? Also wie würdest du denn sagen, müssten die Betroffenen oder die Plattformen benachrichtigt werden? Also ich denke, in jedem Fall müssten die Plattformen nicht nur die Order bekommen, sondern auch wenigstens eine grundsätzliche Begründung, also vielleicht nicht alle Beweismittel, aber jedenfalls müssten die Plattformen die wesentlichen Elemente des Tatvorwurfs und die bekommen, damit sie überhaupt einschätzen können, ob das Sinn macht und... Dann müssen sie aber auch ein Recht auf Verweigerung oder sowas bekommen, wenn sie das... Genau, das ist das Ding. Sie müssten auch die Möglichkeit haben, Einspruch zu erheben und die Frage ist dann so ein bisschen, wie man das organisiert, denn es sind ja quasi auf der Seite des ersuchten Staates sind ja zwei Player im Spiel. Zum einen eben die Provider und zum anderen die dortigen nationalen Behörden. Die Kommission sagt da, naja, die nationalen Behörden, in unserem Beispiel jetzt der polnischen Ermittlungen, die Daten aus Deutschland wollen, also die deutschen Behörden haben vielleicht ja gar kein Interesse da dran und außerdem ist es im Internet häufig ganz zufällig, in welchem Land diese Daten liegen. Ich finde das Argument der Kommission auch im Grundsatz überzeugend. Natürlich kann es viele Konstellationen geben, wo die Belegenheit der Daten zufällig ist. Ja, ganz viele Daten in Europa liegen in Irland zum Beispiel, weil Apple und Microsoft dafür ganz viele Server betreiben und da ist es häufig so, dass es ein Fall ist, der zum Beispiel wirklich nur in Polen spielen wird. Ja, ein polnischer Beschuldigter, eine polnische Ermittlungsbehörde, aber der polnische Beschuldigter hat halt zufällig ein Hotmail-Konto, das technisch in Irland abgewickelt wird. Da finde ich das Argument der Kommission total überzeugend zu sagen, da hat Irland doch überhaupt keine Aktien im Spiel. Ja, das heißt diese Fälle sind schon total kompliziert, aber wenn es wirklich, aber man möchte ja schon irgendeine Form von Mitwirkung des ersuchten Staates einfach, um sicher zu gehen, dass diese Anordnung tatsächlich rechtmäßig ist oder man muss sicher gehen, dass ein Missbrauch nicht möglich ist. Wie gesagt, wir haben diese problematischen Fälle gerade skizziert. Wenn ich keinen Straftatenkatalog habe, sodass man dieses Instrument auch für politische Straftaten zum Beispiel missbrauchen könnte, dann denke ich, braucht man eine Kontrolle. Wenn man diese Kontrolle zurückfährt und sagt, weder der Provider noch der ersuchte Staat können da groß mitreden, können das Ganze stoppen, dann würde ich denken, braucht man mehr mehr Einschränkungen auf der Tatbestandseite, eben zum Beispiel mit so einem Straftatenkatalog. Aber was aus meiner Sicht jedenfalls nicht geht, ist keine materiellen Anforderungen außer diese drei Jahre Höchststrafe und keine Kontrolle. Das wäre mir persönlich ein bisschen zu heikel, denn da muss ehrlich sein, also ganz so weit sind wir eben noch nicht mit der europäischen Integration. Wir haben eben noch Probleme mit bestimmten Mitgliedstaaten, wo nicht alle rechtsstaatlichen Standards zu 100 pro eingehalten werden. Auch Rumänien wäre ein Beispiel. Rumänien, Bulgarien, wo es einfach Probleme gibt mit Korruption, zum Beispiel. Da wird teilweise bei Korruptionsermittlungen auch äußerst brutal zugeschlagen und auch da ist man sich nicht immer in jedem Fall sicher, ob das rechtsstaatlich so hundertprozentig in Ordnung ist. Also der Ball liegt jetzt im Feld des Europäischen Parlaments. Da ist noch viel Musik drin, auch viel Möglichkeit, das zu ändern. Also vielleicht auch durchaus ein Betätigungsfeld für andere Journalisten und Journalistinnen, sich der Sache mal anzunehmen. Wir haben noch ein kleines Update zur Maut, zur PKW-Maut, die der EuGH ja gekippt hat oder wie das Andreas Scheuer, unser Autoverteidigungsminister und Verkehrsminister, formuliert hat. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die PKW-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch. Schön, dass er das anerkennt. Wir hatten ja letztes Mal angedeutet, dass dennoch einige Kosten auf uns Steuerzahler und Steuerzahlerinnen zukommen könnten. Das hatte ich letztes Mal noch mit so einem Fragezeichen versehen, wenn ich mir ganz sicher war. Und jetzt kommt's raus. Ist tatsächlich so, die Grünen im Bundestag haben eine kleine Anfrage gestellt, die dem Tagesspiegel vorliegt. Und danach kostet aus die Maut mindestens 128 Millionen Euro. Das setzt sich zusammen, weil seit 2013 die Bundesregierung mindestens insgesamt schon 42 Millionen Euro ausgegeben hat und 32 Millionen davon für Berater und Gutachter allein. Und im Bundeshaushalt 2019 sind zur Vorbereitung der PKW-Maut weitere 86 Millionen Euro eingeplant. Also deswegen diese Summe 128 Millionen Euro. Und es könnten wohl auch noch mehr werden, sagt Sven Christian Kindler, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Bundestag. Er sagt, leider hat Andreas Scheuer noch vor der Gerichtsentscheidung Verträge mit privaten Konzernen für die Umsetzung in Milliardenhöhe geschlossen, für die Umsetzung der PKW-Maut. Nun drohen Entschädigungszahlen für den Bund. Das sei ein verantwortungsloser Umgang mit Steuergeldern. Und diese Vergabe der Mauterhebung ist ja auch ganz lustig. Ging unter anderem an einen Verkäufer von Konzerttickets, nämlich CTS Eventim. Und im Konsortium mit einem österreichischen Mautbetreiber, Mautsystembetreiber. Und da kann man jetzt nur sagen, Konzert fällt leider aus. Diese Vergabe an dieses Konsortium, das schaut sich jetzt auch der Rechnungshof genauer an, wie das eigentlich passieren konnte und ob da sinnvoll mit Steuergeldern umgegangen wurde. Von außen sieht es jetzt erstmal so aus, war es sicher nicht. Ich glaube nur aus dem Statement von Andreas Scheuer, dass er erstmal sehr konzessiv klingt, so nach dem Motto, ja, wir folgen dem EuGH. Das respektieren wir, auch wenn wir es so falsch halten. Die Maut in dieser Form, hat er gesagt, ist tot. Aber er lässt nicht locker. Er hat eine Taskforce eingesetzt, auch das hatten wir schon gesagt. Und die könnte durchaus eine andere Maut erörtern. Denn Scheuer sagt, Klar ist, dass es keine Absage an die Nutzerfinanzierung, die in rund 20 EU-Mitgliedstaaten gemacht wird. Nutzerfinanzierung heißt, dass die Nutzer von Straßen und Nutzerinnen von Straßen für die Nutzung auch zahlen. Also ich glaube, das Thema wird uns erhalten bleiben. Aber auch in dieser komischen und total quatschigen Form ist es jetzt erstmal tot. Und das ist ja eine gute Nachricht. Wir haben noch eine andere gute Nachricht, in meinen Augen. Ja, Ulf ist kein Sozi mehr. Ja, also ob das schon jetzt rechtlich wirksam ist, weiß ich auch nicht so richtig. Aber ich habe diese Woche mal den Austritt mal abgeschickt an die SPD-Zentrale. Ich habe da ja lange drüber nachgedacht. Mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass das jetzt nicht irgendwie daran liegt, dass ich inhaltlich meine Meinung geändert hätte zur Sozialdemokratie oder zu bestimmten Positionen. Du willst doch nicht das linkende Schiff verlassen, nur weil die jetzt demnächst einstellig sein werden. Nein, nur weil SPD momentan nicht so richtig sexy ist. Ganz sicher nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Ich bin ja schon in die SPD eingetreten, in dem sicheren Wissen, dass ich da in vielen Positionen gegen den Parteimainstream eintreten würde. Die Idee war ja, so ein bisschen rechtsstaatliche Impulse zu setzen, hier und da auch mal Gespräche zu führen, die dann vielleicht so ein bisschen mehr Überzeugungskraft haben, wenn man selber mit dabei ist. Ob das jetzt so funktioniert hat, weiß ich nicht. Ich habe ein paar Gespräche geführt, was dabei rausgekommen ist. Ich weiß es auch nicht so richtig. Eine konkrete gesetzliche Änderung habe ich erreichen können, die mich auch sehr freut im NetzDG, 5 Absatz 2 NetzDG. Aber es geht jedenfalls nicht um die akute Erfolglosigkeit der SPD. Wie gesagt, Idee der Sozialdemokratie finde ich gut. Auch wahrscheinlich Parteienmitgliedschaft findest du auch insgesamt generell gut. Ja, absolut. Auch bei anderen Parteien. Ja, also ich finde Parteimitgliedschaften ganz wunderbar, dass man sollte sich für die Demokratie engagieren. Und das war ja auch eine wichtige Botschaft, die ich mit diesem Beitritt 2016 verbunden habe. Und ich werde auch weiter sehr gerne für die SPD tätig sein, als Experte insbesondere. Also ich habe nie von denen Geld bekommen, aber ich lasse mich natürlich weiter gerne als Sachverständiger einladen oder auch im Hintergrund führe ich gerne Gespräche. Genauso wie ich das für andere Parteien auch sehr gerne tue. Das ist nicht der Punkt. Nein, der entscheidende Grund ist, dass ich einfach in den letzten Jahren reingewachsen bin in den Journalismus. Also 2016 war die Lage der Nation ja noch ein relativ kleines Projekt von uns beiden. Und ich habe mich ja auch immer sehr gescheut, mich selber als Journalist zu bezeichnen. Einfach, weil ich mein Einkommen nicht überwiegend aus Journalismus beziehe. Ich verdiene ja direkt gar kein Geld mit der Lage und so. Aber ich finde, man muss sich ehrlich machen. Wir haben als Lage inzwischen da eine Reichweite, die geht so an die 200.000 Menschen. Ja, das ist von den wöchentlichen Kontakten fast so viel wie die Taz, muss man sich mal überlegen. Ja, eine anerkannte Tageszeitung. Und insofern ist die Lage auch kein reines Hobby mehr. Und damit, finde ich, wachsen die Ansprüche an einen selbst. Das bedeutet vor allem, man muss sich ganz anders die Frage stellen, wie steht es um meine persönliche Transparenz und auch um meine persönliche Unabhängigkeit. Ja, Transparenz, ich habe ja auf meiner Homepage alle meine Mitgliedschaften angegeben, wo ich so Mitglied bin, wo ich so Geld bezahle. Aber die Unabhängigkeit, finde ich, ist einfach was, wo man selber sich sehr, sehr viel Mühe geben muss, dass die nicht bedroht wird. Und da muss man auch, denke ich, ganz aktiv dagegen kämpfen, dass es Einflüsse gibt. Und das heißt, man darf da, finde ich, keine Schere im Kopf haben. Hattest du dir nochmal, also gab es mal Momente, wo du dachtest, ja, ich bin jetzt SPD-Mitglied und muss jetzt hier aber an der Lage und will eigentlich, aber vielleicht doch nicht? Ich hoffe nicht, ja, ich hoffe nicht, aber ich habe schon gelegentlich wahrgenommen, dass ich so dachte, so, hey, kannst du das denn sagen? Und mir dann im selben Moment aber gesagt, das kann ja überhaupt nicht wahr sein, dass du dich überhaupt nur fragst, ob du das sagen kannst, also sagst es jetzt extra. Aber allein das will man doch gar nicht. Man will doch diese Schere im Kopf selbst dann nicht, wenn man es irgendwie auf die Reihe kriegt, sie quasi aktiv zurückzudrängen, denn möglicherweise gelingt es einem irgendwann mal nicht. Und dann gibt es natürlich auch den gegenteiligen Effekt. Ja, oder du haust drauf aus Trotz, ja, du hast dir jetzt diese Frage gestellt und sagst, nein, ich lasse mich davon jetzt nicht einschränken und vielleicht ist deine Position dann ein bisschen extremer, als sie ohne Mitgliedschaft gewesen wäre. Ja, ganz genau. Oder auch die persönliche Betroffenheit war quasi der eigene Laden, wie der mal Mist macht. Also nennen wir Katharina Barley, die uns in den letzten Monaten wirklich total genervt hat hier bei der Lage, wegen aller möglicher Fehlentscheidungen. Ja, wir haben das in der Lage ausführlich besprochen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das hätte mich weniger gekratzt, wenn das jetzt eine Ministerin aus einer anderen Partei gewesen wäre, weil ich halt irgendwie so als Sozi mit ihr verbunden habe, na endlich kommt mal Rechtsstaatlichkeit ins BMJV und dann macht die so eine Urheberrechtsreform. Das war halt irgendwie auch so eine, da dachte ich, was für eine Chance die SPD da wieder irgendwie verpasst hat. Na gut, und ich möchte halt einfach mich freimachen von diesen Einflüssen und ich finde einfach, das klingt jetzt total partitisch, aber ich finde, das sind wir irgendwie diesem Format und unserer journalistischen Arbeit hier auch schuldig, dass man einfach versucht, sich so unabhängig wie möglich zu machen. Ich sehe das wirklich als Investition hier in unsere Arbeit, aber ich sehe da durchaus auch die Möglichkeit drin, mehr mit anderen Parteien zusammenzuarbeiten. Da hat es vielleicht auch hier und da Berührungsängste gegeben von anderen Parteien, die dachten, na der ist ja Sozi, können wir den überhaupt einladen? Redet der mit uns? Also viele haben das nicht als Problem gesehen, aber vielleicht manche doch. Man weiß ja gar nicht, welche Einladung man nicht bekommen hat. Und ich denke, auch das ist Quatsch. Also ich stehe halt einfach für bestimmte rechtsstaatliche Positionen, bürgerrechtliche Positionen und ich finde, da sollte nicht relevant sein, in welcher Partei man ist oder von welcher Partei ein Vorschlag kommt, sondern ich finde, möge die bessere, freiheitlichere, rechtsstaatlichere Idee gewinnen. Und deswegen denke ich, macht das Sinn. Ja, also ich finde es natürlich gut. Ich habe daraus ja auch kein Hehl gemacht, dass ich damit nicht so ganz glücklich war, aber das lag jetzt weniger konkret an dir, sondern ich habe das ja auch schon mehrmals gesagt, ich finde, Journalisten sollten nicht Mitglied in einer Partei sein, weil absolute Unabhängigkeit gibt es nicht und von niemandem, aber man sollte sich halt nicht unnötig abhängig machen und Solidarität, Strukturell verpflichtend einführen, indem man sich eben Mitglied bei einer Partei ist. Das ist aber, das muss man halt auch sagen, es ist halt total üblich, dass Journalisten Mitglieder in Parteien sind und das dann häufig noch nicht mal offenlegen. Das finde ich dann, das geht halt überhaupt gar nicht. Also ich finde jetzt aus eigener Erfahrung, diese Mitgliedschaft ist ein Problem. Es ist ein Problem, ich habe es gerade beschrieben, es gibt einfach Mechanismen, die Schere im Kopf und dann aber auch die Kompensation der Schere im Kopf, wo man möglicherweise überkompensiert. Es ist einfach Mist, wenn man in irgendeinem besonderen Verhältnis zu einer Partei steht. Aber was gar nicht geht ist, wenn man sich an ein Mikrofon setzt, wenn man sich vor eine Kamera stellt und in einer Partei ist und man macht es nicht transparent. Wer das macht, wer mit Journalistisch arbeitet, der braucht eine Homepage mit einer Liste Mitgliedschaften. Und da muss es halt einfach draufstehen, finde ich völlig selbstverständlich. Und ich finde, und das muss man auch nochmal sagen, es heißt nicht, dass sich Journalisten und Journalistinnen nicht politisch engagieren sollten. Das ist ein Riesenunterschied. Nö, ganz im Gegenteil. Also sie sollten auf jeden Fall, also wenn Journalisten auf Demonstrationen gehen oder sich für irgendwas engagieren, dann können sie das gerne machen, sollten sie auch machen und das natürlich nach Möglichkeit trennen zwischen ihrem Beruf und der Person. Nur wenn man Mitglied in einer Partei ist, dann unterschreibt man ein Formular, dann bekennt man sich zu einer Satzung, dann ist man in einer strukturellen Abhängigkeit und Beziehung zu dieser Institution. Und ich finde, das muss nicht sein. Leute können natürlich eine Partei unterstützen oder für eine Partei unterstützen, sollen sie auch. Aber ich finde, Mitgliedschaft, das geht zu weit. Und das führt mich jetzt auch noch zum anderen Punkt, der mich die Tage wieder aufgeregt hat mehrmals. Ich finde auch, Journalisten sollten nicht dauernd auf Firmen und Lobbyisten-Events als Moderatoren auftauchen. Ich finde, das geht nicht. Wenn sie dafür kein Honorar kriegen, fein. Aber in aller Regel kriegen sie Geld dafür. Und da frage ich mich, warum? Ich kriege auch immer so Anfragen, habe ich wieder eine abgelehnt und dann sagt, ja, ist nicht so schlimm, das macht jetzt jemand vom ZDF. Oh, ich denke, Leute, warum macht ihr das? Warum? Ja, also wenn es dann darum geht, Kontakte zu knüpfen, dann kann ich da auch so hingehen. Dann muss ich da nicht integraler Bestandteil dieses Events sein von Interessen geleiteten Organisationen. Wenn es um Geld geht, kann ich nur sagen, es gibt Journalisten, die sind schlecht bezahlt. Und das finde ich, das halte ich für ein strukturelles Problem, dass Verlage, vielleicht auch öffentliche hessischen Sender, das weiß ich nicht, aus meiner Erfahrung tun sie das nicht, aber nicht genug zahlen, sodass freie Journalisten gezwungen sind, ja, sagen wir mal, auch Aufträge anzunehmen, die ich vielleicht ethisch für nicht ganz sauber halte. Das ist ein strukturelles Problem, das kann man nicht nur den Kolleginnen und Kollegen zur Last legen. Aber wenn Journalisten gut bezahlt sind und von denen, von denen ich weiß, dass sie solche Jobs machen und fest angestellt sind in Institutionen, wo ich weiß und fest davon ausgehe, dass sie ausreichend Geld verdienen, dann finde ich, dann dürfen die das nicht machen und auch noch Geld dafür kassieren. So, das finde ich, geht nicht. Ja, ich würde das vielleicht ganz kurz differenzieren, einfach aus der Erfahrung heraus, ich bin ja hobbymäßig Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, was jeder weiß, was ich auch sehr transparent mache. Und wir haben vor vier Wochen in Berlin eine große Konferenz abgehalten und hatten da natürlich eine Reihe von Panels, die auch moderiert werden. Und da waren auch Journalistinnen und Journalisten als Moderatoren zu Gast und ich finde, das muss schon weiter möglich sein. Die Frage ist halt immer, ob man sich durch eine solche Tätigkeit, eine solche Teilnahme an einer Debatte, eine solche quasi auch Hilfestellung dazu, dass eine Debatte überhaupt möglich ist, ob man sich dadurch in seiner Unabhängigkeit beeinträchtigen lässt. Und da denke ich, ist in der Tat die Finanzierung eine zentrale Frage. Ja, wenn man dafür eine Aufwandsentschädigung von 300 Euro zahlt, muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, ja, ich will nichts falsch sagen, aber ich meine, das war das, was wir als GFF gezahlt haben, I don't know, aber ich meine, das war so jedenfalls die Größenordnung. Dann finde ich ehrlich gesagt, dann kann man ausschließen, dass das die Unabhängigkeit beeinträchtigt. Das ist also mit Vorbereitung, Anreise und so ein Stundenhonorar, wo man ganz ehrlich sagen kann, das deckt quasi die Kosten und da wird keiner reich von. Und das führt auch nicht zu irgendeiner Form von inhaltlicher Beeinflussung. Wenn ich aber natürlich da 5000 Euro aufrufe, ja, als Moderationshonorar, ja, oder 5000 Euro für ein 15 Minuten Keynote, ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist schon klar, da steht die Leistung im Hintergrund und da geht es im Wesentlichen um die Beeinflussung. Und deswegen macht das, glaube ich, schon einen Riesenunterschied, welche Summe gezahlt wird und natürlich auch, ob das jetzt eine NGO oder eine Firma ist, eine NGO, die wirklich eine Debatte führen will oder eine Firma, die im Wesentlichen beeinflussen wird. Ja, also sicherlich muss man da ein bisschen differenzieren und da gibt es keine, also man kann die Extrempositionen vertreten, aber ich sehe ein, dass es da auch Grauzonen gibt und das muss ich auch sagen, ich habe das auch zwei, dreimal gemacht, ja, beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Zum Beispiel, ja stimmt, da war ich doch sogar mal bei dir zu Gast vor ewigen Zeiten, ja. Ich mache das jetzt nicht mehr, weil ich mich hinterher immer komisch gefühlt habe. Ich habe dafür auch Geld gekriegt, irgendwie einige hundert Euro, ja, aber was ich da halt gemerkt habe ist, es entsteht vielleicht keine finanzielle Abhängigkeit, ja, aber es entsteht so ein bisschen so eine personelle, ich will nicht sagen Abhängigkeit, aber so eine bisschen personelle halbgeschäftliche Ebene, die entsteht einfach und das will ich nicht mehr. Also ich finde das aller Ehren wert, Philipp, was du sagst, ich würde da auf der anderen Seite immer so ein bisschen auch Verständnis wecken wollen für die Organisation, das ist halt der Vorteil, wenn man so, wie in meinem Fall jetzt so verschiedene Hüte hat, in der Justiz, als NGO-Vorsitzender, als hier in dieser Funktion jetzt journalistisch tätiger, ich finde, da kann man dann auch manchmal die Dinge aus verschiedenen Seiten beleuchten und man muss halt auch die Organisationen verstehen, die solche Diskussionsveranstaltungen durchführen, das ist nämlich gar nicht so einfach, gute Moderatorinnen zu führen. Das glaube ich sofort. Eine professionelle Moderation ist nämlich echt schwierig. Ich weiß. Und da muss man nämlich einfach sagen, da glaube ich, ist das Zentrale eben, zum einen, wie viel Kohle, führt das zu einer Abhängigkeit und zum zweiten Transparenz, ne? Wenn man einfach seine Nebentätigkeiten zum Beispiel auf einer Homepage aufführt oder wenigstens twittert, sodass die Leute einfach sehen, ja, der Banse kummelt dann nicht mit dem VZBV, sondern der tritt da auf, arbeitet für die, kriegt da aber nicht so viel Geld, dass es irgendwie bedenklich ist und dann kann man auch nicht sagen, na, der wird jetzt in Zukunft immer alles abfeiern, was Herr Müller und seine Leute so ins Netz stellen. Ja, genau. Also würde mich auch mal interessieren, wie ihr das so seht als Hörer, Hörerin, Konsumenten, Konsumentin journalistischer Produkte. Also ich finde, umsonst könnte man das dann schon machen oder durch eine keringe Aufwandsentscheidung, wenn das Bahnticket bezahlt wird. Aber mehr sollte nicht sein. Du wolltest noch kurz Feedback einbauen? Ja, ganz genau. Ich wollte einfach nur sagen, wir haben uns beide sehr gefreut über die netten Kommentare und die weiterführenden Kommentare zu dieser Lage. Also zum einen waren einfach eine ganze Reihe total netter drin, wo wir hatten ja letztes Mal gesagt, sagt uns weiterhin, was wir falsch gemacht haben, aber sagt uns vielleicht auch, was wir gut gemacht haben. Einfach, weil es so ein bisschen das Klima in den Kommentaren verbessert und natürlich auch für uns mehr Spaß macht, jedenfalls auch zu lesen, was euch gefallen hat. Insofern an dieser Stelle nochmal ein herziges Dankeschön und auch die Ermunterung, das weiterzumachen, damit einfach, man hat schon gemerkt, dieser Folge, dass das Klima in den Kommentaren anderes war. Das ändert nichts daran, dass natürlich auch Kritik kam, aber abgefeiert wurde der eindeutige Block zum Thema rechtsradikaler Terrorismus in Deutschland und unsere klaren Worte, dass das auch kein Deut besser ist, als das, was die RAF gemacht hat. Wobei da auch kritische Stimmen kamen. Einige wenige, ich glaube, vor allem ein Kommentator, der sehr schön dargestellt hat, warum aus seiner Sicht die RAF in den 70ern doch viel schlimmer gewesen sei. Und da kamen dann so eine ganze Reihe von Argumenten, die dann alle von anderen Leuten widerlegt wurden. Da musste ich gar nicht viel dazu schreiben. Aber das war einfach sehr interessant, weil das uns einfach auch nochmal deutlich gemacht hat, das ist eben wirklich genau das Problem, auf das wir hingewiesen haben, aus irgendeinem Grunde wird das, was Nazis tun, in der Tendenz verharmlost und das, was linksradikale Vollidioten machen, aus irgendwelchen Gründen übertrieben. Das ist total interessant, da mal reinzuschauen. Das ist irgendwie so ein Bewusstsein in Deutschland, dass man das, was Rechtsradikale tun, in der Tendenz irgendwie nicht so schlimm findet. Jedenfalls in der Mehrheitsgesellschaft und das macht mir wirklich Sorgen. Warum ist das eigentlich so? Warum scheint das so ein Teil der deutschen Kultur zu sein, rechtsradikale Handlungen im Zweifel nicht so wichtig zu finden oder nicht so dramatisch zu finden? Das würde mich sehr interessieren, wenn da noch jemand was zu sagen hat. Vielleicht auch wissenschaftliche Studien mal verlinken oder so. Genau, das wäre auch total spannend. Da wird es was geben. Also es geht uns auch nicht darum, jetzt hier Lob einzusammeln oder Fishing for Compliment, sondern ich glaube, es geht A um die Kommentarkultur im Blog. Die durchaus konstruktiver und ausgewogener ist, aber auch als Feedback-Schleife für uns. Wir nehmen Kritik an und sehen das auch, aber es gibt halt auch viele Punkte, die wir machen, wo wir uns fragen, okay, da kam jetzt vielleicht keine Kritik, aber gefällt das jemandem? Findet ihr das gut? Sollen wir das weitermachen oder so? Und dadurch findet so ein bisschen so ein vollständigeres Bild einfach statt. Ja, das Problem ist halt einfach, dass es so einen natürlichen Bias gibt, vor allem dann was zu schreiben, wenn man sauer ist. Das ist zutiefst menschlich, ist ja auch völlig in Ordnung, finde ich auch in Ordnung. Und wenn irgendwie die Hälfte der Beiträge negativ ist, ist das ja auch kein Problem. Aber wir freuen uns halt einfach, wenn euch was gut gefällt oder vielleicht sogar besonders gut gefällt, wenn ihr es auch mal reinschreibt, wie gesagt, wie Philipp schon sagt, um einfach so ein bisschen ein ausgewogenes Bild zu bekommen, wie ihr eigentlich die Lage hört. Damit würde ich sagen, ist die Lage ausführlich und abschließend beurteilt für diese Woche. Das denke ich auch. Und nicht nur für diese Woche, sondern auch für die nächsten drei Wochen, gut drei Wochen würde ich sagen. Denn wir machen jetzt eine Sommerpause, das kennt ihr schon. Die ist erstmal nicht so lang, wie das in den letzten Jahren war, sondern die nächste Lage kommt so Pi mal Daumen plus minus am 19.07. Müssen wir nochmal genau sehen, wo wir das dann, wie wir das dann eintüten. Wir haben aber ein bisschen Sommerfutter für euch bereitgelegt. Also da wird sicherlich das ein oder andere Audio in euren Feed trudeln. Da würde ich sagen, lasst euch mal überraschen. Es gibt noch einen kleinen Sharing-Tipp, den ich jetzt mal ausprobiert habe. Den hatte ich nur mal so im Vorbeigehen gesehen. Einige Apps, ich habe das. Ich weiß Overcast, mache das auf iOS. Es gibt die Möglichkeit, Zitate oder kurze Audioschnipsel aus Podcasts als Videosnippet zu teilen. Das finde ich ist eine ganz nette Möglichkeit, um Inhalte aus Podcasts zu teilen. Das ist bei Overcast recht einfach. Da tippt man auf das Sharing-Menü rechts oben und dann kriegt man so einen kleinen Audio-Editor, wo man dann Anfang und Ende so ein bisschen verschieben kann. Und dann wird ein Video generiert, was man dann eben auf verschiedenen Plattformen teilen kann. Auch auf Instagram zum Beispiel, wo es ja sonst sehr schwer ist, irgendwie Audiosachen zu teilen oder auch nur Links zu teilen. Deswegen schaut euch das mal an, wenn ihr was Nettes hört in der Lage. Könnt ihr das mit diesen Videosnippets ganz gut teilen. Genau und apropos teilen, da möchten wir euch nochmal herzlich einladen zu unserem wöchentlichen Newsletter. Da kündigen wir zum einen unsere Live-Shows an. Häufig sind die ja schnell ausverkauft und wir senden außerdem unsere Shownotes rum. Denn nicht in jeder Podcast-App kann man die ja so richtig komfortabel anklicken. Und außerdem bekommt ihr dann in eurer Inbox eben alle Links geliefert. Könnt ihr dann einfach auf dem Laptop oder auf dem großen Rechner im Büro euch anschauen. Ihr abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter lagedernation.org slash Newsletter. lagedernation.org slash Newsletter und Stichwort teilen. Natürlich könnt ihr diese E-Mail auch weiterleiten. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt da jemanden bei euch im Büro, in der Familie, im Bekanntenkreis, der da doch mal reinhören sollte und ihr sitzt gerade am Computer, könnt ihr einfach den Newsletter weiterleiten. Dann kriegen die Leute gleich einen Einblick, worum es so geht. Und oben ganz fett gibt es ja auch die beiden großen schwarzen Buttons, wo man die Lage dann abonnieren kann. Genau, wo sich automatisch auf Mobiltelefonen die entsprechende App dann öffnet und man das schnell abonnieren kann. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's. Ganz herzlichen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Wir verabschieden uns, wie gesagt, jetzt ungefähr drei Wochen in die Sommerpause. Schieben euch aber hier noch was in Feed. Und wir hören uns dann in gewohnter Besetzung, in gewohntem Konzept wieder so um den 19. und 20. Juli. Bis dahin, alles Gute. Lasst es euch gut gehen, einen schönen Sommer. Ciao. Tschüss.